Willkommen zum wahrscheinlich besten Spiel der letzten 50.000 Jahre, nämlich Return to Monkey Island von Ron Gilbert mit Fritz und mit mir. Wir haben uns sehr darauf gefreut in den letzten Wochen. Wir haben auch Teil 1 und 2 von Monkey Island extra für euch nochmal gespielt. Gibt es hier auf dem Kanal. Wir werden jetzt gleich Return to Monkey Island spielen, aber für alle, die die letzten Folgen nicht gesehen haben, gibt es hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Was in Teil 1 und 2 passiert ist. Viel Spaß. Hey, want to see my Mighty Pirate Scrapbook? It's filled with my adventures. GT wie GameTube. Haben sie schon ganz gut eingebaut, ne? Das ist personalisiert. Das sind Skins, die kann man jetzt kaufen. Das ist ein modernes Spiel. Das Logo, ne? Eigentlich ein geiles Logo. Das kannst du mal klauen. Ever since I was a kid, I wanted to be a Mighty Pirate. Achso, da muss ich... Achso, du blätterst durch, oder wie? Ich blätter dann durch und ich kann... Achso, ich kann mir aber auch ein paar Sachen anschauen. Erzähl mir mehr. That's me, Guybrush Threepwood. Aha. Achso, ich wusste die ganze Zeit noch. Achso. In the old days, you became a Pirate by completing three Trials to prove your worth. Treasure hunting is important for any Pirate. Mastering swordfighting was more a matter of wits than agility. Mastering swordfighting was more a matter of wits than agility. Na, Elaine, mach mal das Letztes. The Pirate leaders were in charge of the three Trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. Ja? Ja, ja. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Things took an unexpected turn while I was working on the three Trials. Hey, was ist denn dieser Erpresser berief? Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meat Hook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. LeChuck thought he was in love with Elaine. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, um, sort of falsified. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. Lemonhead, man. The Chuck's ghost ship was anchored in a lake of lava, hidden beneath the island's surface. Wie schnell das jetzt geht, ne? Das war das ganze Spaß. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. Stimmt, das war ja. The Monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. Die zwei offene Brautkleid. I made it to the church, just in time to stop the wedding. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? By then I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer. Just trust me, it works. Okay? I defeated LeChuck and he basically exploded. It was the beginning of something magical. Da wäre jetzt interessant, die Zwischengeschichte noch zu erfahren, zwischen Teil 1 und 2, also wie die Trennung ablief. Ja, aber vielleicht füllen sie das ja diesmal ein bisschen aus. Ah, das ist ja schon der zweite Teil, genau. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. The map to the treasure had been torn into four pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. Ach, da haben sie jetzt aber das ganze zweite Spiel in eine, sie in ein Screen gebaut. Ja, da ist schon das Ende schon. Naja, es ist ja auch relativ viel so, eher so ein bisschen so Beschäftigungstherapie, was du nicht wirklich brauchst. Ja, stimmt, für die Geschichte. Elaine always seems to know when I need her. The mysterious voodoo lady at the international house of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. One time, Elaine got turned into a statue. LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. The fact that he turned her into a statue tells me, LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. I got eaten by a snake. I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. I got buried alive. Murray. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Things backfired on LeChuck, because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scumbar handle to cater. That's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. I wrote a great haiku for the wedding invitation. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. Ähm. Das heißt aber, dass die ganze Geschichte mit Monkey... Also die Inseln sind nur ein Teil eines Freizeitparks. Und das sind eigentlich Kinder, die sich das ausgedacht haben. Das ist jetzt geradconnt, oder wie? Scheinbar. Das haut ja gar nicht auf. Stimmt, ja. Okay, das ist jetzt völlig anders. Das ist jetzt Escape. Hä? Ja, anscheinend ist es Kanon. Das... Ja, mei. Das spoilere ich sogar mich jetzt, weil ich kann mich an Escape... Wir sind jetzt im vierten Teil. Okay. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Vielleicht ist das wie bei Star Trek, dass jetzt so die Kelvin-Zeitlinie beginnt, weil Spock... Jetzt kommt gleich Spock hier rein und sagt, nee, das muss alles ganz anders. Und dann war es die Zeit, in der ich accidentlich lasse Luke... Schau mal, das sind die Teilteilspiele. Das ist die ganze Karribein. Oder so es seemed. Ich hatte zu wear a hook for a while. Es kam in handy. Morgan LeFleid betrayed mich, even after we bonded inside a giant manatee. Ich sollte sie nicht mehr trusten. Elayne war nicht fooled by LeChuck's human form any more than I was. Ich sollte sie mehr trusten. Die Death Card doesn't usually represent literal, physical death. Except when it does. Love did win out in the end. Ich war auf die Trial für mein Leben auf vier separate Charges. Ich war auf mich, natürlich. Oh, hier ist das Voodoo Doll von der Ende meiner Big Whoop-Adventure. Ich war auf die LeChuck mit diesem. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. I defeated LeChuck with this. His leg... Mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen. Ist ja wie beim Hobbit. Na gut, das war jetzt schon mal die erste Überraschung. Also, Antrieb war alles Kanon und die Kinderstory, weiß ich nicht. Dann liegen wir jetzt los, oder? Okay, das verwirrt mich jetzt total. Ja, jetzt bin ich noch mehr gespannt. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass ich es vielleicht doch nicht alles brauche, um jetzt dann zu verstehen, was passiert. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich die ganzen Geschichten kennen müsste. Sind wir denn soundmäßig jetzt soweit cool? Also, hört man alles gut? Oder soll ich hier noch was schrauben? Ich habe jetzt hier nichts gelesen, dass da noch was nicht hinhaut. Dann mache ich die noch ein bisschen leiser, dann mache ich die noch ein bisschen leiser. Und dann kann ich hier nämlich noch ein bisschen mehr aufdrehen. Also, jetzt bin ich wirklich gespannt, wo das ansetzt und was das für eine Geschichte ist und wie das zusammengehört. Ist ja weird. Naja, ich würde sagen, wir fangen an und dann werden wir es ja erfahren, wie es weitergeht. Auf geht's. Viel Spaß. Einfacher Modus oder schwerer Modus? Die ganze Geschichte und der ganze Spaß, aber mit gelegentlichen Rätseln für den vielbeschäftigten Spieler? Nee. Mehr Rätsel, schwerere Rätsel, Affenstark, Profi-Abenteuuspieler, der alles... Oh Gott, ich werde so weinen. Ja, du hast ja mich. Auftakt, eine unerwartete Geschichte beginnt. Das stimmt aber mal. Auf mehreren Ebenen. Take this, LeChuck! Guybrush, komm over here. Gently now. Remove my mask. Oh, das ist aber jetzt das Ende wieder. Ja. Okay, da sind wir wieder. Was ist jetzt? Let's goop on those two. Pretend they're our parents. Ja. Hm? Sorry, we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry. I found him. Um, come on. Let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Oh Gott, ist das süß gemacht. Ja, Hammer. Sorry, boys. Could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Das ist ja ein geiler Twist. Ich habe einen Skurvy-Dogs-Shack back there. Skurvy-Dogs. Ich habe nie einen von diesen gehabt. Hä? Keine Ahnung. Du musst einen versuchen. Das ist das beste, was du in deinem Leben verletzt hast. Keine Bullen. Wow. Ach, dann sind das gar nicht ihre Eltern gewesen. Dann war ja das Ende schon fake. Und du hast gerade gesehen, es war gerade was noch der, ähm, Freizeitpark und jetzt ist es nix mehr mit Big Whoop und so. Jetzt steht hier gar nix mehr, ne? So ein gammeliger Hafen oder was das ist. Okay. Hä? Moment mal. Und hier ist auch die Hütte nicht. Ah doch, hier. Warte mal. Ja. What the fuck? Das ist ja, was ist das jetzt für ein Inception-Ding? Sind sie vielleicht jetzt wieder in ihrer Illusion irgendwie? Ja, oder eben nicht mehr. Dann sind sie jetzt vielleicht einfach wieder in ihrer ganzen, und vielleicht sind es einfach nur zwei Brüder, die auf irgendeiner Insel unterwegs sind, ohne Freizeitpark und ohne Eltern und so. Ja. Die blöden halt umeinander. Schauen wir mal. Interface ist, ja. Linke Maustaste. Ja, mit der rechten Maustaste zielt sie über Kim und Korn. Also, Scurvy Dogs. Was ist ein Scurvy? Weiß ich nicht genau. Hey, Chucky. Stand over here for a minute. Nah, I want to get Sturvy Dogs. It's locked. Maybe one of the shops has a key. Ah, diese kleinen, süßen Animationen sind auch so, wie sie laufen und auch wenn der Vogel da oben irgendwie mal so komisch gedreht mal einmal. das ist ja genau da oben jetzt so gerade. Das ist irgendwie geil. Ich finde es voll nett gemacht. Und ich habe eine To-Do-Liste. Gibt es jetzt hier einen Quest, glaube ich, oder wie? Oh nein! Ich habe doch schon so viele To-Do-Listen im Leben. Das ist ja schon mal eine große Erleichterung. Ja. Aber da ist ein Bild eines Scurvy Dogs. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu den Scurvy Dogs, oder? Ja, klar. Schlüssel am Holzbein. Das war auch gerade in dem Ankündigungsbild mit dem Schlüssel am Holzbein. Stimmt. Ah, guck mal, da gibt es jetzt kein Nehmen, nimm dies, nimm das mehr, sondern er bietet mir quasi mit links an was angucken, wo ich dann schon so einen Hinweis sehe, was er denn sagen wird und mit rechts ist Nehmen. Gar nicht so blöd. Ups. War es Pinocchio? Wenn es ein Holzbein ist. Ja, wir ja jetzt auch ein Piece of Eight haben wir ja gelernt. Gut, hier nennen sie es einfach Goldstück, aber wir hatten ja noch nachgeschaut, was diese Erklärung war für dieses Piece of Eight, dass da irgendwie so ein Achtel von so einem irgendwie irgendein Metallstück quasi als Währungsmittel galt. Und dann wurden sie zerteilt und dann war es halt mal ein Achtel von den Dingern war halt dann ein, äh, ja, ein Penny mehr oder weniger. Bitte? Kannst du nicht etwas für ein paar hungrige Kinder absparen? Hör auf, du kleine Mutscher. Lass mich dir etwas erzählen. Ich sehe das nicht so gut. Für alles, was ich weiß, kannst du einen wirklich kurzen 30-jährigen Mann sein, versuchen, zu verabschiedern von meiner Krankheit. In welchen Fall, shame auf dich. Du solltest du besser wissen. Und wenn du wirklich bist, dann muss ich dir sagen, ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht zu sprechen. Ich liebe dich nicht zu hören. Ich liebe dich nicht zu hören. Ich liebe dich nicht zu hören. Komm in hier, mach ich mich, mach ich auf mich, mach ich auf die Küche, mach ich auf die Küche, und mach ich nicht zu kaufen. Ich liebe dich nicht zu hören. Ich liebe dich nicht zu hören. Ich liebe dich nicht zu hören. Ich habe gute Nachrichten für dich, dann. Ich bin ein honest Businessman, trin' zu machen, ein honestes Leben. Ich brauche 50 Kinder a day kommen in und wösten mein Zeit, trin' zu erzählen, mir zu geben, mir zu geben, zu essen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hey, ich weiß. Let's look for change in the Outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Äh, Scurby Dogs, also das sind quasi, äh, Scurput-Hot-Dogs mehr oder weniger. Oh, lecker. Hier vorne übrigens auch die Fliegen, ne? Also auch wieder dieses mit dem vorne was reingemalt. Stimmt. Und ich finde, also jetzt gerade hier drinnen wieder, äh, trotz das ein bisschen andere mit diesem eckigen Stil bei den Charakteren, zumindest bei denen hier vorne, es ist trotzdem wieder sehr auch ein gewisser Lucasart-Stil mit dem überall Un-, überall Schrägen drin. Also überall fließt alles ein bisschen ineinander und alles stimmt von den Perspektiven eigentlich nicht so ganz und dadurch kriegt's aber doch irgendwie eine gewisse Räumlichkeit. Ich finde, das hat total was. Die Gläser sind dicker als die Läher von Grease auf dem Boden. Die Kinder haben besser Geld. Äh, ja, wir haben alle kinder Geld. Seitdem nehmen wir uns. Hallo. Ähm. So, ich bin gespannt, wie das von der Dynamik ist, weil jetzt fangen wir ja quasi sofort zu zweit an. Äh, und die ganze Zeit können die auch interagieren, die auch miteinander. Das ist ja was, was, äh, äh, die beiden Vorgänger jetzt so merkwürdigerweise dann doch eher ein bisschen seltener hatten. Ähm. Ich bin gespannt, wie sich das so durchzieht. Also ob man quasi immer einen Sidekick oder sowas hat, oder oft einen Sidekick. Fände ich cool. Das wäre ganz cool, mag ich auch total gern. Dieses Hin und Her gibt dem dann doch einfach mehr Dynamik. Jetzt frage ich mal nach den Hühnerfußpommes. Das mit den Kameras verschieben hat schon mal geklappt. Können wir ein paar Chickenfoot-Fries? Lecker. Was? So viel? Und keine Fries. Och, Menno. Was können wir ihn noch fragen? Grog? Können wir einen Mug von Grog, bitte? Grogs für Grownups, beat it! Ja. Da hat er nicht ganz Unrecht. Na gut. Aber sagen wir mal, diese ganzen anderen Sachen da jetzt zum Beispiel, die Hühnerfüße und so, das sind jetzt keine... Das ist jetzt kein... Also damit löst du quasi das Gespräch aus, ne? Das ist jetzt nichts... Genau. Anscheinend. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier draufklick, dann fragt er ihn trotzdem. Was ist denn diese Chickenfoot-Fries? Ja. Chickenfoot-Fries sind zwei Stück von acht. Das finde ich aber... Das finde ich aber eine coole Lösung. Also allein schon dieses... Ich meine, ist natürlich auch ein bisschen Adventure-Standard natürlich geworden, dass man nicht mehr eben neun Begriffe hat, die man durchklickt. Vorwärts zu kommen. Aber er meinte ja natürlich auch, ne? Adventure-Designer kann halt heute auch nicht mehr sein, neun Begriffe durchzuklicken. Das ist wahr. So, jetzt machen wir hier mal auf. Das ist, glaube ich, schon echt ein bisschen Tutorial hier. Ehhhhh. Bitte waschen Hände, bevor wir das Haus verlassen. Ich habe einmal zwei Scurvy-Dogs im gleichen Zeitpunkt gesehen. Ich habe nicht die Gunk. Es scheint mehr als etwas, was Chucky tun würde. Kann ich ihm das sagen? Wo sollen wir schauen? Alles über. Seht ihr noch Koffe? Wenn wir zwei das wären... Ah, iiih, was ist denn das da? Ah, nee. Krabbeltier jetzt. Ah. Ich dachte, das war eine Spinner. Aber es hat schon gereicht. Ah, nee, 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 nee. Also komm, nee. Gut, das war's. Ich bin raus. Tschüss. Das ist ein roundes Metall, über die gleiche Größe und Form wie ein Stück. Das heißt, ein Slug. Es ist wie ein Fade-Koin. Ich dachte, es war ein Stück. Aber es ist ein roundes Metall, über die gleiche Größe und Form wie ein Stück. Aber das ist echt alles so durchanimiert. Das ist total nett. Ja. So. Das sage ich zu meiner Falschgelddruckerei auch immer. Jetzt habt euch nicht so... Falschgeld ist fast so gut wie echtes Geld. Steckt auch der Name Geld drin. Also sollen wir sich nicht so beschweren. Das sage ich zu meiner Falschgelddruckerei auch noch nicht so gut wie ein Stück. So. So. Zehn Minuten drin und schon das erste Verbrechen begangen. Was hast du geklappt? Was? Schau mal. Hier ist dein. Sieht aus wie ein Kalauf-Kalasch. Ich habe ja auch Hunger. Verdammt. So gut. Was willst du jetzt machen? Ich weiß nicht. Was willst du machen? Ich habe gar nicht richtig aufgegessen. Ich frage mich, wo die zwei Leute, die wir folgen waren. Ach, schau mal. Ist er quasi der Hinweisgeber? Bei ihm steht ja immer, er hat eine Idee. Also, dass er eins vielleicht so ein bisschen weiterführt. Kann schon sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir jetzt das ganze Spiel neben Chucky hier laufen, weil er ist ja damals doch LeChuck. LeChuck kommt ja vor. Den haben wir ja schon auf Bildern gesehen. Ja. Ui. Das ist mein Freund Dee. Hey Dee. Hey Chucky. Was hast du dir verdammt? Was hast du dir verdammt? Wir sind gerade hier. Ich mache eine Liste von Sachen, um zu tun. Gib mir das. Ich bin ein Expertenplaner. Da. Perfekt. Oh, aber eins möchte ich jetzt noch ausprobieren. Der Chucky wollte ja vorher nicht. Ich wollte ihn doch an den Pfahl da binden. Vielleicht kann ich ihn da hin binden und dann fählen. Hey, Chucky. Stand über hier für einen Moment. Keine Chance. Na gut. Kommt vielleicht noch später irgendwie in irgendeinem Zusammenhang. Den komischen Piraten da oben muss man bestimmt auch noch irgendwie wach machen. Tatsächlich, da ist der Spuck-Wettbewerb. Ich werde verrückt. Ja, stimmt. Und du weißt ja, mit dem Wind. Das zeigt nur, wie wenig du über Anker weißt. Dieser ist kein gutes Beispiel. You'd know that if you write as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat. Oh nein, es ist Michi. From cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that wind. And then you will notice what happened when you miss the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them on a modern anchor. If you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. Ha! Do I have a Chivo? Ob das der Hinweis ist, dass wenn man quasi die lange Version spielt, dass er dann immer dieses Einschlafding hat? Kann sein. Ich ziehe das durch. Ich finde es nett, dass man auch per Punkt weiterschalten kann, wie es nach guter alter Lukas-Arzt-Tradition. Und ich habe auch gelesen mit Tabulator. Ach, aber warte mal. Schau doch mal kurz, ob du auch die Schildenergie wieder zurück in die Laser lenken kannst. Das ist auch sehr wichtig bei den alten Lukas-Arzt-Spielen. Das kann ich tatsächlich mit STRG 2. So. Nee, was ich machen kann ich... Hallo, F9 und F10 war das immer. Und dann STRG F9 und F10. Alter, hast du aufgepasst. Da sieht man ganz subtil die Hotspots. Ach guck mal, das machst du mit TAB, oder wie? Ja. Ah ja. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Jetzt rede ich erst. Achso, nee, über den Anker sprechen. Oh Gott. Über den Anker. Nicht nochmal. Nein. Oh no. Ja, okay. Hier haben sie es schon mal gehört. Zum Powernap tut ja auch immer mal gut, ne? So. Aber hallo. Gerade wenn er dann sich in einen langen 8-Stunden-Nap verwandelt, das sind die besten Powernaps. Oh, das ist gar kein Spucken. Achso. Stimmt, es steht auf Run da. Ach guck mal, das ist... Ups. Schau mal da hinten, das ist durchgestrichen. Das Spit ist durchgestritten zu Run. Das war wahrscheinlich irgendwie... Das ist nicht mehr zeitgemäß. Jetzt wird gerannt heutzutage. Ist ja auch gesünder für ein bisschen fit werden. Aber das passt auch, weil es war ja im Ende vom zweiten Teil, war ja der Freizeitpark, auch ne... Auf Booty Island, wo auch der Typ mit der Kanone stand. Nur die Grafik hat ein bisschen abgeendet. Ja. Aber die Hütte von Stan und da, wo Kate Capsize rumstand, das war ja auch das. Das heißt natürlich, wenn ich nach rechts aus dem Bild gehe, komme ich dann mit dem Spuckwettbewerb an. Ne? So. Und hier sind jetzt die Nicht-Eltern, oder? Jetzt werden aber wahrscheinlich... Jetzt werden bestimmt Leute wieder anfangen, so Karten zu malen, wie das wirklich sein kann, die Analyse. Heutzutage wird auch dann immer alles... Es gibt jetzt wahrscheinlich nächste Woche 15 Lore-Videos dazu, die erklären, wer eigentlich in Wirklichkeit der dunkle König ist, den man am Ende dann besiegen muss. Entschuldigung! Ja? Wolltest du wieder unsere Eltern sein? Was bedeutet, wieder? Geht mal und find deine euren 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 Eltern. Entschuldigung! Können wir uns noch einiges von deinem Brot haben, die der dunkle? Ich glaube nicht. Wir haben es für uns selbst gebracht. Das ist unser Brot! Was sind das für Arschlöcher? Ja. Das ist jetzt die Taki-Version! Oh Gott! Oh Gott! Was ist denn da? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist cool! Was ist denn das hier? Wie geht's? Was ist das rote Glöbe auf dem Boden? Das ist Ketchup! Das sollte wirklich gut sein mit Skurvy-Dogs sein. Ich habe ein extra Teut in der Back. Ich kann das mit meiner Tung. Ich habe den noch nicht mehr. Ach doch! Wir haben nur einmal abgebissen! Schau mal! Das riecht schlecht! Jetzt habe ich noch mehr Oma! Ist ja furchtbar! Moment! Äh! Wie geil! Oh! Oh! Oh nein! Es kommt alles wieder raus! Oh nein! Es kommt alles wieder raus! Yuck! Ich glaube nicht, das war Ketchup! Ups! Pfff! Ich wundere, wo dieser Weg geht. Ich möchte zwei Skurvy-Dogs gleichzeitig. Vielleicht, wenn ich bei denen drüben das Speiben anfange, vielleicht gehen die dann weg und dann kann ich das Brot nehmen. Das ist eine gute Idee! Oder kannst du den Skurvy mit dem Brot kombinieren, dass die das vielleicht nicht mehr essen wollen, wenn der so eklig ist? Nee! Do it! Vielleicht fehlt noch was! Vielleicht muss ich eigentlich den Schlüsseln an dem Holzbein dem Typen zurückgeben und den Skurvy-Dog verchecker oder nicht? Oh! Stimmt! Der hat ja gesagt, sonst macht er uns Ärger. Das ist übrigens auch angenehm, wie schnell die Figuren sich bewegen können, ne? Ja, wenn ich doppel-klick, dann rennen die. Total cool! Also, ich mein, das ist jetzt neu, aber... Hey! Get ready to run! Hm! I guess they don't like visitors! Vielleicht kann man irgendwas denen später vor die Tür legen, weißt du? So einen brennenden Kackehaufen. Eine brennende Tüte mit Scheiße drin, ja. Genau! Ah! We think alike! Hier ist ein Kacke! Put it back on the hook! I'm not your monkey! Sag er mal! Oh! Das erste Mal, dass das Wort Monkey auftaucht! Hallo! Das ist ein Zeichen! Hey! Look! I'm returning the key! You wanna medal? Das kenne ich gut! Ah, ich habe ein Achiever. 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 Wir sind ja nett, ne? Galbrausch ist ja an sich ein netter Kerl. Ja. So wie Nathan Drake, der mega nett ist und dann halt nur 500.000 Leute umbringt. Die sind ja alle böse. Ja, das stimmt. Die sind alle. Die machen das nicht fürs Geld oder weil die Wirtschaft ihnen keine besseren Jobs gibt. Schwertkampf üben. Oh! 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 Wie schön, dass sich auch wirklich alles überall so ein bisschen bewegt. Das ist so cool. You guys are both pretty weak. Well, anyway. That was fun. Das war schnell. Quick fight. Do you want a sword fight with me? I've seen you fight. Come back in a few years maybe. Nee. Ein Witz. Kannst du den Scurvy Dog mit der Ente kombinieren? Den Scurvy Dog mit der Ente kombinieren. Ich weiß nicht, ob man das nicht füttern kann. Oh, tatsächlich. Ah, okay. Das war zumindest eine Option. Man soll die... Man soll die nämlich gar nicht füttern. Das sind hier... Kann ich dir ja denen das vielleicht sagen, dass ich sie bei Pfeif und beim Entenschutzverein... Excuse me! Yes! Nee. Bei... Wie heißt der denn dann? Nicht Peter, sondern Enter oder so. Genau. Shift Enter. Entern. Das ist der Enterverein. Gut, dass ich dieses Spiel nicht geschrieben habe. There was still one left? Come on! Stimmt. Aber stimmt, wenn das quasi das Fechten war, dann macht das äh... Oh. Ups. Zu spät. Dann macht das Beleidigungsfechten auch viel mehr Sinn. Weißt du? Ja, ja. Mit so dummen... Jetzt sag ich das und das. Jetzt sagst du das. Ja. Wer rastet eigentlich da hinten bei dem Pferd so aus? Kann man da hingehen? Oh, geil. Da ist noch eine Münze. Oh, eine echte Münze. Jetzt können wir auch noch Pommes kaufen. Oder wir schmeißen... Nee, da brauchen wir zwei Goldstücke für. So, dann schmeiß ich den... Wünsche ich mir zwei Goldstücke. Aber... I never thought I'd ever find one. Maybe I should throw this down the wishing well. Ich wünschte, Chucky hätte einen Schnauzbart. Sollen wir das machen? Ich wünschte... Ich wünschte, die würde verschwinden. Nö. Äh... Noch ein Scurvy da... Aber das wäre nicht... Tatsächlich mal interessant, was wohl passieren würde, wenn man... Äh... Also... Wie das... Soll ich das mal machen? Aber nicht, dass die dann weg ist und dann haben wir irgendwie so eine Figur verloren. Das ist ja auch gut. Das ist mit dem Schnauzbart, finde ich geil. Ja, das finde ich cool, ja. Das würde ich mir als Kind auch wünschen. Ja. Es geht. Ui. 1,80 groß, Schnurrbart. Echtig großer Schnurrbart. So, und jetzt? Wie, jetzt habe ich das Geld nicht mehr? Aber du hast deine To-Do-Liste erfüllt. Die Einte für die Einte finden. Aber ich muss die Einte nicht noch füttern. Wie kriege ich denn die Einte dann da weg? Ja, ja. Ja, ja. Oh Gott, hoffentlich gibt es da nicht optionale Quests. Das wäre... Wenn ich dann irgendwas verpasse... Die gibt es im DLC. Oder hast du... Ich weiß nicht, hast du den Battle-Test gekauft? Ja. Nicht, dass wir die Skins nicht freischalten. Also das wäre mir sehr wichtig. Doch, habe ich. Aber wie komme ich jetzt? Moment mal. Ah, da kommt schon der Hinweis. Wir müssen... Also die Ente muss noch gefüttert werden. Jetzt ist die Frage, wie füttern wir die Ente? Aber ganz kurz mal. Ich habe gerade noch gescherzt von wegen mit Skin. Du hast doch aber die... Hast du nicht die Vorbesteller-Version dir besorgt? Ja. Ja. Du müsstest doch eigentlich die Pferderüstung haben. Ja. Wo ist deine Vorbesteller-Belohnung? Weiß ich nicht. Ich werde Ron Gilbert verklagen. Ich würde jetzt trotzdem dann wissen, wie ich die Ente füttern kann. Das kann ich dir nicht sagen. Ich war da noch nicht. Warte mal, vielleicht wenn ich... Kann ich die... Kann ich die ablenken? Ach, schnapp dir etwas Brot, werden sie nicht hinsehen. Ah! Geil! Denke ich mir doch. Aber auch wieder cool, dass diese Art von Ritzel wieder mit drin sind, ne? Also diese Timing-Ritzel. Timing-Ritzel, ja. So. Jetzt Ente. Jetzt geht's los. Dann haben wir alles gemacht, oder? Es fehlt nur noch unsere echten Eltern finden. Achso, echte Eltern gibt es dann aber schon. Wie schwer kann das schon sein, ne? Naja. Wahrscheinlich war das jetzt so das, äh, Tutorials. Ich hab, äh... Und bevor du rausgehst... Ja, Entschuldigung. Was hast du? Ich hab dem Kind, äh, das Kind auch gesagt, dass es adoptiert wurde. Und dann hat er gefragt, äh, wer seine richtigen Eltern sind. Dann haben wir ihm gesagt, wir sind deine richtigen Eltern. Deine neuen Eltern holen dich in 20 Minuten ab. Wo ist denn der nochmal her, der Schatz? Gag, courtesy of, äh, Ahmed Bishitöck. Guck mal. Oh. Oh. Hä? Hä, das ist der... Hä, das ist der Vater? Nein. Oh, what the fuck, was kommt denn jetzt für ein... Sind das die Kinder? Sind das die... Nee. Spielt man, spielt man jetzt... Also wechselt jetzt die Spielführung? Ohaah! Mind blown, oder wie? Oder was? Aber dann wären... Ach, dann hätte... Also dann hätte der... Wird er dann mit Guybrush und Chucky ange... Die reden sich schon an mit Guybrush und Chucky, oder? Als Kinder. Oder heißt er einfach auch Guybrush? Aber das ist ja... Das wäre ja ein mega Twist, wenn... Wenn sie quasi auf der Insel, ähm, die Abenteuer vom Papa nachspielen. Ja. Irgendwie. Ist das cool. Und er ist schon voll alt, oh Gott. Hey Dad! Hallo Mr. Threepwood! Und wo ist Elaine? Hab'n Spaß? Ja! Guck mal, aber er ist nicht der Bruder. Die haben Toe-Nählen und was in ihnen. Wuhh! Ich hab'n über das gehört. Und wir spielen deine Abenteuer! Wir haben es einfach gemacht... Big Whup! Big Whup! Oh Gott! Das nimmt mich zurück. Ich mag es, wenn Chucky fragt mich, seine Lagen zurückzunehmen. Er sagt es wirklich lustig. Ihr habt immer das verrückte Dinge für das Ende der Geschichte. Es ist cool. Aber du kannst es einfach nur umsitieren. Das ist nicht so, wie das Geschichte funktioniert. Einiges von deinen Geschichten fühlen sich nicht, als ob sie am Ende sind. Was? 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 Jetzt kommt die Musik. Machst du die Musik? Ist das der Wahnsinn? Das ist ja so cool. Hätte ich nicht gedacht. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht, dass sie es so hinkriegen. Hammer. Hammer. Wie cool. Alter, wie cool. Und ich wollte es vorhin schon sagen, wie toll ist es auch, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo du dir den Grafiks dir so krass auch selber aussuchen kannst. Ich meine, früher war das halt einfach technisch ein bisschen Bedingung. Die Serie ist ja auch mehr oder weniger durch etliche Grafiktechnologien durchgegangen. Und jetzt können sie halt einfach sagen, wir machen es jetzt gerne so, wie wir es aussehen lassen wollen. Und das ist nicht so toll. Also, es ist ja nicht das einzige Spiel, was das so macht. Aber viele von den Reto-Spielen machen es ja auch so. Aber ich finde es so cool, dass das jetzt geht. Und diese Freiheit für die Entwickler da ist. Aber Alter, was für eine geile Idee. Das ist echt eine geile Idee. Also, dass du dieses umstrittene Ende dann so einen Bogen hinbekommst. Und ich habe es nicht kommen sehen. Ich hätte es nicht gedacht. Nee. Ich dachte, okay, es kommt dann irgendwie ein Zeitsprung und so weiter. Muss man jetzt trotzdem noch mal das Ende vom Zweier gucken. Ob die sich dann auch mit... Nee, machen sie ja gar nicht. Kann ja auch Geilblasch heißen, der Kleine, oder? Alles ist Lore. Nur eins und zwei sind von den Kindern nachgespielt. Ist ja cool. Aber dann ist das... Spielt dann nach Tales schon. Also es ist eigentlich eine komplett neue Geschichte. Und er muss mit Elaine dann verheiratet sein oder gewesen sein. Feels good to be back on Meili Island. The hub of pirating in the Caribbean. Where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi. I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Of course. We lookouts have a lot of discretionary thinking time. I use mine to revisit my memories of every Ann, Jack, and Guybrush who spent five seconds with me a decade ago on their way to someplace else. Um, wow. Relax, I'm just winding your anchor chain. Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly. Swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Meili? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him? So, we're going to get all of them through. Of course, yeah. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh. I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. He's an evil zombie ghost pirate. Terror of the seas. And sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. The Chuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm going to hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the scum bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum bar. By the docks. Long table in the back. I don't know where I'm going. Real C. Look, yeah, we'll see. Yeah, let's see if it's real. But what kind of... Ah, we don't even know what that would be so much fun to do. What kind of simple and genial Eleganz the story has. That's so cool. Amazing. Look at what the old guy does. Shouldn't you be on your way to the scum bar to talk to the pirate leaders? Well, I was just about to head down there. Mini Speer. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Geil. Ach, konnt ihr mal mit der Ratte jetzt nichts machen? Da, das... Das muss... Oh, I just came from up there. I really need to talk with the pirate leaders, before I admire the leader. Das wäre auch voll geil, wenn man jetzt hier plötzlich umschalten könnte in die anderen Versionen irgendwie. Guck mal hier. Ach nee, das ist... Jetzt dachte ich, das ist wieder der vom Kanal in Den Haag, aber das ist... Ja, der ist hier rüber geflogen. Ja. Wahl. Re-elect Governor Carla. Oh. She's hard on softness. Aha. Carla. Schwertmeisterin ist jetzt Gouverneurin. Ach die, yeah, yeah, yeah. Da hinten ist schon das Geisterschiff. Und überall die Ratten immer. Irgendwo ist immer eine kleine Ratte. Better get cracking, if I want to get to the secret before that scheming Blackguard. Das finde ich irgendwie ganz nett, dass man, ähm... Was ist an den Docks entlang schlendern? Dass man quasi, bevor man was anschaut, schon quasi einen Hinweis bekommt, was denn der Gedanke dahinter ist, den er jetzt gleich formuliert, ne? So, und wenn ich jetzt hier aber an den Docks entlang schlendern, heißt das, dann läuft er dahinter. Ah ja, da läuft er dahinter. Ich spreche mit den Pirate-Leadern, bevor ich sehen, was der Chuck ist. Ich bin ja gespannt, ob der Hund noch da ist. Das ist gelitten. Und ob die Scamba-Musik die gleiche ist, jetzt schauen wir erst mal her. Also da geht's dann zur unteren Straße, genau, also nach Rothenburg. Ja, ist er doch, oder? Oh, da gibt's viel zu gucken. Ihn Kopf? In the back. Oh, na gut. Ich weiß nicht, also ich hab mich jetzt sofort an den Grafikstil gewöhnt. Ja, ja. Ich hab mich jetzt hier, um die Pirate-Leadern über eine neue Expedition. In the back. Ja, okay. Oh, ein Quizbuch. Geil. Oh, geil. Es ist ein Buch, um die collectible Trivia-Karten zu schlenden. Sieht, wie ist es, dass jemand es hier unerwartet hat. Du merkst dir mal in unser Inventor. Jo, ho. Äh, klar, weil du kennst mich ja. Ich bin ja super. Im hinteren Teil des Scamba ist, achso. Wie heißt du nochmal? Warte mal. Die Küche, ne? Die Küche. Ach, ist ja cool. Das ist ja geil, so ein Quiz zur eigenen Serie. Ja, vor allem mit vielen, vielen Seiten. Ja. Na gut, ein paar Teile haben wir ja noch nicht gespielt. Das heißt, äh, es sieht aus wie ein Circus-Akt. Vielleicht. Ja, bei Tails und bei Cursed wird es dann schon eng und bei Escape vor allem. Bäh? Das sind jetzt aber andere. Oh, oh. Habt ihr die Pirate-Leader gesehen? Das ist ihre Tafel. In fact, ihr würdest du besser gehen. Du willst nicht hier sitzen. Das sind die modernen. Wir sind die Pirate-Leader. Die gehen halt auch in der Zeit. Ja, hat die getan Musik. Na ja, es wird jetzt ein bisschen moderner. Ich habe nicht gehört, dass es eine Veränderung gab. Oh nein. Hatte niemand nicht erinnern, dich zu notieren? Vielleicht deine Partei-Infekt wurde in der Mail verloren. Wo sind die drei älteren Leute, die hier im Kurs zu halten? Wer ist es? Wahrscheinlich in einem Alley woher. Ich wünsche, sie waren immer relevant. Sie machen Tiefen für sich und schreiben Memoirs, die niemand lesen wird. So, auch ein bisschen Abrechnung. Mit einer ganzen Menge, die drei älteren Männer sind vertrieben durch eine sehr viel diversere Piratenanführer-Truppe. Ja, ja, aber gemacht aber gemacht ja trotzdem immer noch von einem alten weißen Mann oder zwei oder so und raufgeklebt. Geibrash- Geibrash- Threepwood, ja. Geibrash- Threepwood, probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison? Wait, it was Captain Madison? She's like, famous! I've got her on a trading card, her plunder stats are amazing! Wunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. It's not exactly a raid. What else would we be interested in? I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Aber übrigens auch schön, wie sie hier in der in der Scamba zum ersten Mal in jetzt haben wir schon irgendwie mehrere Bildschirme weit gespielt, aber in der Scamba gibt es das erste Mal Nahaufnahmen der Gesichter. So ein bisschen auch halt so Marsch daran, dass auch hier also im Originalspiel auch in der Scamba das erste Mal Nahaufnahmen von Gesichtern. äh, zu sehen waren. Was ist denn das Rätsel für die Ewigkeit? Ja, das muss schon mal gelöst werden. Das ist ein Mysterium für die Älteren. Das muss geschlossen werden. Das einzige Mysterium hier ist, wer dich in diese Bar lässt. Hahaha. Die sind ganz schön gemein, die, äh, die inklusive Truppe hier. Achso. Aber hör mich aus. Gar nicht so inklusiv. Würdest du zumindest mir ein bisschen Das ist ein Triple your money will grab it. Lechuk? Yes. The dreaded zombie ghost pirate Lechuk himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. Well, the slight problem with that idea is that Lechuk and I are basically mortal enemies. I don't need you or your money. Jawohl. Was ist denn jetzt mit dem Kopf? Ich kann das mit dem Kopf machen. Wenn ich kein Schiff kaufen kann, dann werde ich einen schmieren. Ich bin ein Pirat. Ich werde einen Weg finden, um zu Monke Island zu kommen, egal was es braucht. Jetzt warte mal. Ich mag die alten Piratenleiter besser. Also, um es kurz zu machen, die neuen Piratenlieger Anführer sind genauso nutzlose Arschlöcher wie vorher, nur ein bunter. Richtig. Es ist dasselbe Lied wie vorher. Auch da steckt vielleicht eine Botschaft drin. Bursting into Flames. Das ist wahr. Ah, die Planke, die Planke. Äh, war's okay, oder? Fine. Ja. Hier geht es gut. Keine fehlenden Teile. Kämpft jetzt gegen Skorboot. Ich habe unseren Jahrestag vermasselt. Dann machen wir das. Das geht ihnen doch nichts an. Das ist schon doch, ja. Die sind Maden auf dem Fass. Nur mal ganz kurz. Äh, nee, wann mach erstmal den nächsten Dialog, wenn das nächste Auswahlfenster vielleicht nicht ganz zu groß ist, dann geht's los. Die Bar ist anders als es ist. Ja, ich nicht wie es, aber ich habe zu cater Aber die Roaches bleiben die gleiche. Ich vermisse Ihre Witze. Und Ihre Low-Alcohol-Toleranz. Hey! Das neue Pirate-Leaders seem wie reale Jerks. Warum haben sie sogar in die Bar? Well, sie haben mich auf meine alten Regulars so ich habe keine Chance, wenn ich mich in der Arbeit stehe. Also, wenn ich sie wegfragen, dann würde ich mich in die Suppe machen. Frankly, ich bin überrascht. Auf der Plus-Side haben sie mehr und besser Hygiene als die alten Leute. Es wird zudem weniger subtil. Ich habe gesagt, ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Nein, ich glaube nicht, dass du das hast. Das ist spannend. Also, du wirst ein Schiff auf den Docks verhören? Ich denke, ich werde einen holen. So weit wie ich weiß, der einzige Schiff da draußen ist... ...Le Chucks. Even besser. Zwei Böder mit einer Stein. Böder. Ich mag deine Gedanken. Oh, ich denke, ich höre den Gesundheitsinspektor. Was? Wo? Warte mal. Das Geheimnis wird nicht immer älter. Du bleibst das gute Arbeit. Danke. Wir machen das. So, jetzt hier. Fass auf. Erstmal an der Tür. Geil volumetrisches Licht, was da durch das Fenster fällt. Irre. Und ein schön dynamischer Schattenwurf vom Ofen. Super. Ron. Daumen hoch. Ne, hier. Das ist der Daumen hoch. Sehr schön gemacht. Es ist definitiv ein Mop. Ja. Achso. Jetzt kann ich hier einen Mop tun. Putzen. 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 Putzen, bevor du dich selbst verhörst. Was? Wahrscheinlich gibt es viel, was du nicht wissen möchtest. Honestlich, ich denke, ich würde es so halten. Oh, da oben auf dem Ding fahren. Ach so. Bleib weg von dem Bild. Aber wer soll das eigentlich sein? Vielleicht ein Verwandter. Aber ich kann das Bild nicht stehen. Das brauche ich bestimmt noch. Maden. Aktive kleine Leute, nicht wahr? Oben auf dem Regal war auch noch was. Es ist unglaublich, was du erreichen kannst, wenn du dir in deinem Gehirn drauf hast. Dann hast du eine Paket von Stick-on-Stars. Ranzige Lebensmittel. Was war noch zum... Pests oder Garnishes? Aber wie cool auch, dass wir jetzt halt in die Küche dürfen, ne? Also er hat uns doch... Früher hat er uns doch rausgejagt. Und wird dann aber sehr geweint. Ja, jetzt wird er ein guter... Ein guter Freund. Eine gute Erinnerung, die zurückkommt. So, jetzt raus, äh, äh, die Dings ausprobieren. Hörst du die da? Die Holzmöbel ansehen. Hm. Oh ne, Quizkarte. Ach, das sind die Collectibles, oder wat? Moment. Quiztime. Welche dieser Zutaten braucht man nicht, um eine Voodoo-Puppe herzustellen? Etwas vom Brot, etwas vom Faden, etwas vom Kopf, etwas vom Tod. Ja, das ist einfach. Etwas vom Brot, ne? Richtig. Ist ja geil. Quiz ist immer gut. Eine Schnur. So, und jetzt hier... Warum kann man die Dings nicht, äh, äh, hauen? Ach, das, das hätte ich jetzt aber gerne gemacht. Hm, das tut mir sehr leid. Ja. Angemessen, dass dir das leidtut. Aber die Musik finde ich schon noch viel cool. Ach, siehst du? Da ist die Pferderrüstung! Wuhu! 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 Auch, auch geil. Hattest du dieses Bild, bitte? Was denn? Meinst du, sie haben andere Schauplätze als Melee und Monkey? Also, meinst du, wir kommen nach Fat Booty und was auch immer? Ich wette, es gibt neue Schauplätze auf jeden Fall. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur alles ist. Was, hallo? Nein! Das haben wir doch schon im ersten Teil gemacht, über die Hugs und Kisses hinweg geskippt. Aber das passt ja, da waren wir ja sogar in der Rolle, weil wir haben ja die Kinder gespielt. Weißt du? Aber ist sie die Mutter? Na doch, bestimmt! Du erzählst doch deinem Kind nicht, wie du mit einer anderen Frau als der Mama rumgemacht hast. Du erzählst deinem Kind sowieso nicht, wie du mit der Mama rumgemacht hast, aber du kommst doch da nicht an und sagst, und dann hatte ich da noch, ihr kennt doch eure Mutter, und dann hatte ich da aber noch diese andere Frau, die viel besser war. Wenn ich das kurz erwähnen darf, im Bredouille, ich war beim DM mit meinem Sohn, der dreieinhalb ist, und direkt im DM, da haben sie jetzt so eine Oktoberfest-Deko, wo es lauter Items gibt, die man auf dem Oktoberfest braucht, nämlich Netzstrumpfhosen, Anti-KO-Tropfen-Armbänder, sehr gute Geschichte, und auch so kleine rote Pappschachteln. Und dann ist er da zielstrebig hin und hat eine genommen und hochgehalten und hat gefragt, was ist das? Und dann habe ich es mir angeschaut und musste ihm dann sagen, es ist Durex gefühls-echt. Ach so, und dann musstest du ihm erstmal erklären, die unterschiedlichen Sorte, also welche sich was trauen und welche nicht. Nein, er meinte dann, und was macht man damit? Und dann habe ich ihn aber vertröstet auf ein anderes Mal. Wir unterhalten uns in 14 Jahren nochmal, obwohl wir halt, naja, zwölf oder so. In vielleicht elf Jahren. Elf Jahren vielleicht. Schau mal. So. Was, ich konnte nicht sagen, wie lange wir verheiratet sind. Hä, sag mal, hast du das gerade gesehen? Ist die Figur 3D? Also aus dieser, aus dieser, aus dieser, ich schaue auf sie drauf Perspektive, sah das gerade aus, als sei das, klar, es sieht aus wie 2D, aber als sei dahinter tatsächlich eine 3D-Figur. Ich habe eben gerade auch so gedacht, weil das diese... So, wenn die den Kopf so leicht dreht. Just like you. Eh, figured that. Aber es kann auch so ein Verschieden sein. Ich habe mich gefragt. Ich finde es schwerer, als ich dachte, um ein Schiff und eine Crew für meine Expedition zu bekommen. Die neue lokale Liederschaft war weniger als unterstützend. Warum hast du nicht auf den Docks gefragt? Ich bin sicher, dass du etwas findest. Danke. Ich versuche das. Aber wo wir diese Ansicht gerade hatten mit dieser Draufsicht, wie geil wäre es, weil das ja diese klassische Skyrim-Gesprächs-Draufsicht ist. Also wirklich in die Fresse rein und sprich mit der Person. Wie cool wäre das, mal so ein Rollenspiel, so ein World-Rollenspiel mit dem Grafik-Look zu haben. Also das tatsächlich frei zu erkunden, das wäre der Wahnsinn. Das wäre echt schön. Ich verstehe jetzt trotzdem noch nicht, sind die jetzt gerade zusammen oder nicht? Und wieso? Die müssten ja jetzt noch verheiratet sein. Aber da hätte ich es jetzt am Anfang auch fragen können, aber jetzt gibt es die Option nicht mehr. Stellt sich bestimmt noch heraus. Sieht aus, wie wir beide Captain Madison haben. Ich mag sie nicht. Sie ist derjenige, der die geholfen hat, um das Schiff zu verlassen. Sie versteht nicht den Wert des Geheimen von Monkey Island. Sie schreit mich an. Ich auch. Obwohl, die Frau hat keinen Garten und einen lösischen Gefühl von Humor. Das ist so gut. Ich auch. Ah, ein Spiel gemacht für alte Leute. Du sagst erst mal gut. Nein, du sagst erst mal gut. Nein, du sagst erst mal gut. Nein, du sagst erst mal gut. Die sind so süß, die zwei. Nein, du sagst erst mal gut. Nein, du sagst erst mal gut. Nein, du sagst erst mal gut. Jetzt kann ich aber auch nicht Tschüss sagen. Jetzt leg halt auf. Nein, nein. Das machen wir jetzt so lange weiter. Achso. Bye. Achso. Schade, ich dachte, man kann es noch weiterziehen. Oh, wie ihr Schultern hängen lässt. Das Problem mit dieser Statue ist, es ist nicht eine Statue von Elayne. Der beste Gouverneur von Melee. Wie geil, dass die Anzeige für das, was du machen kannst, sofort auch ist. Die Statue kritisieren. Das ist cool. Das ist auch wieder eine Ratte. Ist da eine Steckdose unten dran? Nein, eine Quizcard. Quiz-Time-Time-Time-Time-Time-Time-Time. Noch so ein Jingle. Herman Toothrod tauchte zuerst auf in Flucht von Monkey Island, Secret of Monkey Island, LeChuck's Revenge oder The Curse of Monkey Island. Ein Secret, oder? War doch im ersten Teil auf der Insel, oder? Richtig. Juhu! Wer kann sich an ein Spiel erinnern, das er vor zwei Wochen zum ersten Mal erlitt hat? This guy! Und mehr auch nicht. Warte mal, nochmal. Es wird bestimmt auch wichtig, dass er das nicht zu Ende gelesen hat. Wahrscheinlich. Aber das ist, dass sie irgendwie mit Limetten Skorboot bekämpft, das ist schon auch nicht unwichtig, glaube ich. Ja. Aha, nicht fertig gemalt. Da ist der Voodoo-Laden. Da ist es immer 10 Uhr. Schauen wir mal. Oh, ja. Die Kloch hat jetzt seit Jahrzehnten gebrochen. Aber da hängen jetzt neue Sachen dran. Oh, die drei, Leute! Schau mal, da sind sie wieder. Nee. Sind das nicht die? Das sind die alten Chefs. Ach, stimmt. Ja, du hast recht. Wenn es nicht Frank, Fred, und Finn. Wie geht's? Was hast du darüber gesprochen, Junge? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich verabschiede dich für jemand anderes. In einem guten Weg. Ich versuche. Bist du nicht der Guybrush Threepwood? Wer will ein Pirat sein? Und du bist die Pirat-Leader. Ich habe dich geschaut. Ach, naja. Wir sind nicht die Pirat-Leader mehr. Die alten Pirat-Leader sind das, was wir sind. Ja. Ich habe bereits das rührende Trio kennengelernt. Ich bin ein Pirat-Leader noch ein. Ich bin ein Pirat-Leader und Porn. Ich bin sie bei mir. Ich bin ein Pirat-Leader. Be that as it may, I don't recall us being presented with evidence as to the completion of all three. That were part of your instructions at the time. Oh no, really? Stimmt is true enough. Uh, listen, can this wait a little longer? I've got a lot on my to-do list right now. Aye, it matters not. We've all of us moved on. How would you like to back my venture to find the secret of Monkey Island? The secret? What a prize. That's what I tried to tell those clowns in the bar. They say the pirate that holds the secret can never be sunk. That the wind always fills his sails. So you're in? Alas, no. Those days are behind us. We've sold our ship and sunk all of the cash into our next venture. Oh, nuts. Wait. Didn't I hear that the ghost pirate LeChuck be going to Monkey Island? Ugh, don't say it. I'm afraid I'm going to somehow wind up going with him. Do you know where I can get my hands on a ship? Nay. Stands were the only place for ships. They've shut it down and thrown the man into jail. Oh, nein. Afraid you're out of luck. No ships. I wonder if I really should be trying to get on LeChuck's ship. Tell me about your next venture. What is it? Tis a fish shop on the high street where the general store used to be. A place for buying a fish and telling tales about the catching a fish. We'll be open on the morrow. Be sure to stop by. We'll give you the friend's price on the unpopular fish. You said you don't have a ship? Where do you get your fish? From reputable sources. We'll give you an additional discount if you don't talk about that where people can hear you. How is it that you're not the pirate leaders anymore? Time and democracy, boy. A lot of our supporters be dead, drunk, dead drunk, or retired. Our eyes be sharp and our judgments keen. But once you be labeled old school, that's all that gets seen. The traditions of the three trials have become a joke in matter in some quarters. Dark times. Aye. They even water the grog and mix it with fruit these days. won't even strip the varnish off a deck. Also, jetzt bin ich langsam ein bisschen ratlos, wo ich das Interface... Du müsstest theoretisch deine... Also, ich könnte theoretisch da bleiben, wo ich war, und du müsstest dich... Nee, weil du überdeckst nämlich auch hier die Auswahl, die mögliche... Ja, ja, aber ich meine, ich könnte da bleiben, wo ich gerade davor war, und du kommst zu mir rüber. Das würde, glaube ich, gehen mit den Boxen. Weißt du? Also, wenn wir so ein bisschen mittig... Du machst jetzt deine... Du machst jetzt deine Box einzeln rüber. Dann sieht man aber halt auf der Seite wieder irgendwas nicht. Aber da war bis jetzt noch nie so wirklich was... Also, weil die Texte gehen in der Regel nicht so weit da rüber. Also, ich glaube, das könnte vielleicht noch die eleganteste Lösung sein. Übrigens muss das keiner hinweist... Das geht jetzt aber nicht so trivial. Das muss ich tatsächlich beim nächsten Mal machen, weil die Boxen sind in einer PNG. Egal. Ich lasse uns jetzt mal hier in der Mitte, dann ist das jetzt so. Oben kommen übrigens immer mal wieder so Sternschnuppen rein. Finde ich auch ein schönes Detail. Und oben auf der Stadtmauer laufen auch immer wieder Ratten rum. Also, da sind immer irgendwo Bewegungen drin. Ja, das stimmt. Diese Graffiti ist dann bestimmt auch noch was zu bedeuten. Versuch doch noch mal, uns eher nach oben ein bisschen zu schieben. Na gut, da war halt beim ersten Dialog richtig was los, ne? Irgendwo ist immer, immer ist irgendwo was los, meine Damen und Herren. Es kann nicht da oben hin. Und da hinter den drei Piraten ist schon ein Laden mit einem Globus drauf. Das könnte doch ein Hinweis auf WALL-E. WALL-E ist Maps and Mall. WALL-E hat ein neues Platz in Melee. Ich hoffe, er ist nicht immer so hart über die Monocle. Nach der Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Nach kurz. Ach, der ist gar nicht da. Da hier sind die ganzen Graffitis. Da muss man bestimmt so dickmäßig später dann irgendwie eine Rätsel mit Symbolen zusammenstecken. Oh, der Laden ist zu. Schau mal hier, der. Das war doch der Laden, wo wir den Verkäufer mal rausgeschickt haben, oder? Nee, der ist eins hinter dem Torbogen. Ah, okay. Ach, Moment mal. Hier ist der Voodoo-Laden. Ja, aber was ist mit den Abkürzungen? Die gibt's nicht mehr. Also die Tür ist zu. Da kommt man auch nicht rein. Das ist bitter. Aber man kann ja jetzt rennen. Man kann ja jetzt rennen. Ah, das internationale Haus von Mojo. Dieses Ort hat in Jahren nicht verändert. Das ist wahrscheinlich das Problem. Come, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. Hat sie jetzt eine Brille, oder sind das Augenringe? Nee. Ah, nee, es sind Augenringe. The way to the secret is like a serpent, which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. Oh, das ist doch dann das Ding aus die unendliche Geschichte, oder? Die Schlange, die sich selbst... ...weist. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Wenn du nicht sicher bist, der Weg nach vorne, öffnest du dieses Buch für Gelegenheit, was zu kommen ist. Es kann mir meine Zukunft erzählen? In einer Weise. Denkst du es als ein Buch von Hinten. Und was ist es wirklich? Ein Buch von Hinten. Hörst du es wiser. Zu viel wissen, das die Voyage verhindert. Neat. Danke. Keine Arbeit. Jetzt musst du gehen. Ich habe ein Luncheon. At this hour? Es ist ein Midnight Luncheon. Ach, schau mal, die zweite. It does? Most assuredly. Oh, hat die was mit Wall-E, wenn die beide so ein Mitternachts-Meeting kommen? Backstroke. Schönenlich. Schau mal, hinten ist sogar ein bisschen so Parallax-Scrolling, wenn man an dem Torbogen vorbeiläuft. Stimmt. Ja. Wo war das, äh, dieses, äh, ist da ein rotes Licht? Was macht das? Es leuchtet rot oder irgendwie sowas in diese... Was war denn das nochmal? Gibt es doch diesen Gag. Mit blauem Licht gibt es den. Blauem Licht. In Rambo. Achso. So, hier ist die Kirche, hier ist das Gefängnis und hier war früher der Gemischtwarenladen und da ist jetzt der Fischladen, der aber auch zu ist, den die anderen jetzt... Und oben ist eine Katze im Fenster. Aber, äh, schön, dass die Kamera so ein bisschen mitgeht, ne? Okay. Ganz wichtig, Kinders. Ah, da muss man sich bestimmt merken. Achso, warte mal, vielleicht wenn ich hier reingehe. Die Note sagt, forced to close. Thanks for the memories. Looks like a volcano-Island with horns that swallowed a basketball. Das ist doch hier die, äh, Heiligtümer des Todes, das Symbol mit Hörnern. Ne? Schauen wir mal in das Rasse. Ja, genau. Aha, die kennen wir doch auch noch. Mhm. Und wieder eine Ratte. Dahin ist eine, eine Quizkarte, Quizkarte, Quizkarte. Ja, ja. Rechts. Ich kann nicht den Clown-Ding angucken. Quiz-Time-Time-Time-Time. So. Wie viele Einsiedler-Krebse haben sich auf Barebones Island niedergelassen? Das ist jetzt, glaube ich, aus einem Monkey Island-Teil, den wir nicht kennen. Und ich wollte gerade sagen, ah, schade, was, zu den Fragen, die wir nicht beantworten können. Schade. Schade. Was ist dein Tipp? Schade, 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 schade. Ich sag vier. Äh, sechs. Zwei. 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 Ich sag jetzt zwei. Ja, und jetzt? Vier oder zwei? Zwei. Ich sag zwei. Vier. Falsch. Ha, falsch war es. Muss ich die jetzt nochmal finden? Nee. Jetzt kannst du erst im nächsten Walkthrough machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Tja. Da ist der Aufzug nach Dinky Island. Memories. Aw, this is where I risked my neck for a lane. And she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Elayne, Elayne. Hi there, Newcomer. Hiya. At the end of the plank. My mothers, please don't touch it. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. What's this lock? That's for hats. Okay. What's this key? That's for a lockable quiver. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Hä? Quiz time 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 time. Quizkarte. Man muss immer gleich das Quiz machen. Wie viele Skelette befinden sich im Wasser von Terror Island? Keine Ahnung. Das kennen wir halt auch nicht. Ach, Menno. Hätten wir das gewusst, dann hätten wir natürlich die anderen Spiele nicht noch rechtzeitig vorher geschafft. Ich nehme wieder vier. Ich nehme jetzt immer vier. Irgendwann ist vier richtig. Hast du ja also vorgenommen, immer alles falsch zu machen, ja? Sehr gut. Ja, das ist das Motto meines Lebens. Cracker. Oh, gut. Hands off. Those are my last crackers. Polly, you want a cracker? I really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Ich hab mir alle sehr verschlossen. Was kommt denn jetzt? Es kam hier grad. Was denn? Was war? Cortana kam grad angeschissen bei mir. Irgendwas aktiviert immer Cortana. Ah, okay. Moment. Cortana. Ach so, du meinst hier dein Windows-Cortana. Ja, wahrscheinlich kommen die Reaper. Ah, nee, falsche Cypher-Serie. Was ist das? Meine Mutter's Band? Die Golden Keys. Sie wurden nach einigen echten Golden Keys, die sie ein paar Zeit für sie verfolgt hat. Was ist das? Es ist definitiv nicht ein Key. Oder ein Lock. Es ist eine Fischunglure, natürlich. Natürlich. Ah, okay. Das ist eine impressione Maschine. Also diesen Dings brauchen wir doch garantiert, ne? Den Köder. Ja, mit der Maschine muss man bestimmt auch irgendwas machen. Ich bin Guybrush Threepwood. Schön, dich zu treffen. Ich bin Lock Smith. Du bist schuldig, oder? Nein. Und bevor du fragen. Ja, sie haben es gemacht. Ja, es war. Und sie wollten mich wirklich in der Familie-Business folgen. Einmal Lachs mit. Das ist schön. Einmal Lachs mit. Jetzt mache ich trotzdem noch mal einmal, weil ich glaube, ich habe jetzt eine Idee für die Kameras. Aus. Das ist tatsächlich auch eine Idee. Why? Why the fuck not? Ich hänge uns jetzt mal genau über die vier Antwortmöglichkeiten. Wenn wir dann verdecken, war da nichts. Ach so. Oh, du bist ja clever. Aber es sind ja nicht immer vier. Es sind ja manchmal auch sechs. Ja, aber dann, aber mehr wie vier sind es nicht. Ach, sind es schon auch mal sechs gewesen? Ja, ja, ich habe auch schon sechs gesehen. Ja, dann mache ich uns jetzt mal hier hin. Den, den sogenannten sechs. Den sechsten Sinn. So. Alles schon, ich habe es alles schon gesehen. Kannst du wirklich Kais für Dinge machen? Das ist so ein Magik-Trick. Modernen Locker haben Serialnummer, die sagen mir, alles, was ich muss wissen. Keine Tricks ist notwendig. Nur Informationen. Ist das so? Es scheint falsch, dass du eine Kais aus nur dem Serialnummer machen kannst. Oh, ist das ein Hinweis auf den Kopierschutz? Mit der Serialnummer und Key? Und früher hat man doch die Kopierschutzscheibe verloren und so? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht interpretiere ich da, lege ich da zu viel rein. Vergessen Sie es. Wir merken uns mal, dass wir auf jeden Fall wahrscheinlich auf Basis einer Seriennummer mal einen Schlüssel erzeugen müssen. Aren't Locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the Serialnummer with anyone. What happens if you lose your key and the Serialnummer at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. What's to stop me reading the Serialnummer on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Who are you? How did you get in here? I'm a locksmith. And I'm a locksmith. So, also wir brauchen wohl irgendwann eine Lupe, um eine Serialnummer auf einem Schloss zu lesen und dann kann sie uns einen Schlüssel dazu bauen. Who is the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location too. Would she move when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Das ist bestimmt auch nicht unwichtig. Da denkt man die ganze Zeit, die redet irgendeinen Scheiß und dann sagt sie aber irgendwann irgendwas Relevantes. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. That seems enormously useful. Maybe. Depends on if you can close them again. How would you like to join a pirate crew? Would I have to leave my shop? Well, yes, that's the general idea. The crew actually get on the ship and, you know, crew it. Thanks. I'll pass. Try down at the dock. There's always somebody hiring somebody down there. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system. And I don't like it disrupted. Das war jetzt mit fast der längste Dialog schon. Grundsätzlich sind die Dialoge ein bisschen kürzer als erwartet. Ich denke, it's a chandelier. Zieht sich's nicht so. In dem anderen Laden waren wir jetzt schon drin, oder? Ja. Nee. Nee, waren wir in dem Laden drin? Nee, waren wir nicht. Äh, doch. Hallo? Nee. Hallo? Nee, in dem Fischland kann ich nicht. Ich kann ins Gefängnis. Ach, das ist das Gefängnis. Da ist doch Dings drin. Da wissen wir doch schon, wer da drin ist. Ah, das war doch auch hier, das war doch die Webseite, oder? Irgendwie so als Werbung. Er war in einer anderen Zelle. Das ist so schön, du hast da. Shit. Was did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone while hard killers roam the streets with pistols and swords. I noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden? Sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Stimmt, die waren ja beide in der Crew. Nee, die sind immer noch nicht in der Crew. Nein, aber Otis und Carla. Ja. Das stimmt. Und Stan hat immer noch den nervösen Fuß. Und den kleinen Mantel. Das klingt fantastisch. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail, right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time. And I didn't get much out of it in the end. Stimmt, die haben ja nichts gemacht. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told, locksmiths can make keys for things. Things like sell doors. Imagine that. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number three priority. Thanks. Schau mal kurz nach, ob es wirklich Punkt Nummer drei jetzt ist im Handbuch. Das wäre echt ein bisschen gut. Nee. Nee. Es ist gar nicht mit drin. Übrigens, tatsächlich, das Schloss auf der linken, im linken Ding, ist tatsächlich immer noch vom Grog beschädigt. Und rechts ist, im Türrahmen ist so ein Hangman-Grafik, da hat jemand nicht einen Buchstaben richtig gelöst. Oh, oben ist eine Spinne. Schau mal oben ins Bild. Das ist wirklich. Ja, okay, gut dann. Okay, also hier brauchen wir eine Lupe und dann können wir ja auch das Buch rein. Guybrush, you gotta get me out of here. I'll make it my number three priority. Ich gehe vorne auch die Maus, die Ratte, die immer wieder kommt. It says jail rules. One, no escaping. Achso, das war schon etwas Überschaubarer. One, no escaping. Any writing that was once here has been rubbed away. Oh. Ja, war bei den Grog da. At least this jail has two lamps. Yeah, we are living the life. So, jetzt dann. Halt erst Quiz-Time-Tun. Was davon ist nicht im Park? Wippe, Brunnen, Schaukel, Anker. Schaukel ist da. Ohne auch, da haben wir die Münze reingeschmissen. Anker, Wippe, oder? War eine Schaukel da? Ich weiß nicht genau, was sie als Wippe, weil dieser eine Typ ist ja auf diesem... Aber es ist keine richtige Wippe, ne? War da eine Schaukel? Ich glaube, eine Schaukel hing am Baum. Ich glaube, eine Wippe, ja. Ach, Gott sei Dank. Oh, hörst du das gerade, die Melodie? Hey, hi, Stan. Hallo, da, Junge. Kennen wir die? Irgendwie kommt mir die bekannt vor. Dieses Thema im Hintergrund. Oh, sorry, dass du in der Schaukel sehen kannst. Danke, Junge. Ich empfehle das Gefühl. Ich bin sorry, dass du mich hier auch hier sehen kannst. Ich war wirklich hoping, ein Schiff von dir zu kaufen. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released anytime. But I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sail. But if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Du hast dich doch gewundert, ob sie es wieder hinkriegen mit diesen Mustern, ne? Sie haben es hingekriegt. Natürlich. Du gehst zu einem Kompetitor? Where's your Loyalty, son? Well, seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, I've fought. It doesn't matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. I didn't really anticipate a situation like this one coming up. Da mussten sie schon auf die RTX-Generation warten, dass sie das hinkriegen. Ja, klar. Sonst geht das nicht. Aber die Melodie, tatsächlich, das ist doch aus diesem Lied vom Anfang irgendwie von Resident Evil 7. Dieses, oder? Ist das nicht dieses Go, Tell on, do, 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 do. Kenn ich nicht. Ich habe Resident Evil 7 einmal den Prolog, glaube ich, gespielt und dann alles vergessen. Irgendwann vielleicht mal. Vielleicht kommt ja noch ein PSVR 2-Update. Immer ein guter Tipp. Okay. Well, thanks, I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. It's as natural as the rocks and the trees and the melee island flounderbirds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Es klingt, als hättest du schon vor Jahrzehnten verhaftet werden, son. It sounds like you should have been arrested several decades ago. I mean, why now? All of a sudden? One word. Jurisdiction. I was expanding my core business, you see. Trying to provide ship owners with a variety of ship maintenance necessities. Sponges, barnacle scrapers, repair manuals, rudder tape. I had a whole line of products. I expanded my distribution to other islands all over the Caribbean. And that's when I ran into trouble. Some of those islands have different laws, you see, that might not seem so fair to men like you and me. They slapped me with a ton of paper, talking about things like standards of quality and consumer protection and environmental impact. They didn't understand that I wasn't really selling porthole wipers. I was selling happiness. And my customers were happy. They were perfectly happy right up until some clown with a briefcase came along and told them they weren't. It's a croc, son. And that's why it won't stand up in court. I'll be out before you know it. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. Okay. Would it help if I broke you out of jail? That's why he saw it, ne? Now that's a kind offer. It truly is. Worms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case. And escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Okay. Are you sure you don't want me to break you out? One hundred and fifteen percent, son. But thanks. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Aber den shipyard gibt's noch, oder wie, der wurde nur zugemacht. Schein mal. Ich mein, wir haben ja noch nicht die Weltkarte von... I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only Jamborees. Thanks. That's... ...advice. See you later. Yep. Okay. Also, wir brauchen eine Zahnbürste. Schauen wir doch mal zur Gouverneurin, oder? Ja. Vielleicht mag ja sie oft bei der neuen Crew wieder mal dabei sein. Sie war ja beim ersten Mal schon so nutzlos. Ja. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass sie nicht gut auf uns zu sprechen sein wird. Was? Wieso denn? Irgendwas liegt da am Argen. Ich weiß nicht. Ja, aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass das nicht gut läuft. Warte mal, bevor du reingehst. Nee, keine Blumen. Nach hinten, erst mal hinters Haus gucken. Immer erst, immer erst nicht den Hauptweg nehmen. Das ist aber der Weg ins Innere der Insel. Ach so, ah, okay, ja, nee. Das will natürlich niemand. Das ist ja völlig falsch. Carla. Tada. Was wird auftreten? Guybrush Threepwood. Hallo, Swordmaster. Bekommst du, meine Bladen zu spüren, du hattest, Hack. Äh, äh. Der Taste, alles nur nicht dein Essen. Alles, was du kooking. Ha! Lowhängige Frut. Aber es funktioniert. Es ist so viel Fanservice, aber es funktioniert total. Ja. Weil es auch weiß, dass es Fanservice ist. Ähm. Da ist ja gar keine Beleidigung dabei. Ich glaube, jetzt geht der Dialog weiter. Du solltest niemals auf, um Swordmaster zu sein. Wer sagt, ich habe es getan? Oh, sorry, ich habe nur erwartet. Der Herrgäuhr sieht wie ein Vollzeit-Job. Es ist. Aber es gibt Raum für Aufmerksamkeit, wenn du kreativ bist. Ich habe gehört von deine Frau. Wenn du, äh. Sie ist gekommen, um zu sprechen, um Schurvey-Job. Ich glaube, du bist dabei mit dem ... ... Aber Elaine hat sich gesagt. Das sieht so schlecht aus in der Stadt. Du und ich beide. Die Mansion hat nicht viel verändert. Elaine ist immer überall. Selbst die Bücher sind sie. Sie sind jetzt meine Bücher, wie Sie wissen. Ich schaue für das Geheimnis von Monkey Island. Gut für Sie. Ich habe es nicht. Wieso denn? War doch eigentlich ganz nett. Na gut, wir haben das Schiff abgeschossen, während sie drauf waren. Das war vielleicht nicht so geil. Aber bis dahin war es nett. Da liegt ein toter Asch. Wir haben ja das Schiff versenkt. Ist es denn nicht eigentlich ums Leben gekommen? Nee, die waren doch dann auch wieder aufgetaucht irgendwo. Ist es ein Regierungsprogramm, das Expeditionen finanziert, um die Geheimnisse von Monkey Island zu finden? Oh Gott, du bist zu spät für diesen. Wir haben es letztes Jahr verabschiedet und verabschiedeten die Kosten, um ein Habitat für das rarische Karibbean-Wining-Leach zu bauen. Darn! Es ist ein Schiff an den Docken, das für Monkey Island geht. Ich glaube, du sprichst über LeChuck-Ship. Willst du zu Monkey Island gehen oder nicht? Ja! Ich habe wirklich nichts zu sagen. Ich mag das machen. Die Praxis ist schön, aber ich bin heute hier beschäftigt. Herr Präsident. Stimmt, das waren die Gefangenen. Sie waren dann am Ende in diesem Gefangenenraum. Da sind sie wieder aufgetaucht. Bei den Kannibalen, wo wir rausgeflüchtet sind. Ach ja, stimmt. Da waren die drei dann drin. Was ist jetzt? Es ist viel Arbeit, als Herr Gouverneur zu sein. Ich mag, dass es dein Kug ist. Bitte. Geh das und schreib es weg. Es war ein Geschenk von der Herrle von Thickwater, der ein verabschiedbarer Pug ist. Blood Island ist die Heimat von Stans kuscheligen Gruften, dem Meistersuppe-Hotel, der Barbierküste oder dem Piraten Blutnase. Wir waren doch gar nicht auf Blood Island, oder? Das ist auch wieder aus einem anderen Teil, oder? Nee, wir waren nicht auf Blood Island. Das ist aus Curse. Ah, okay. Ich glaube, es ist eins von den ersten beiden. Ich glaube, Meistersuppe-Hotel. Ich nehme Meistersuppe-Hotel. Ja! Ja! Sehr gut. Wir sind so klug. K, L, U, K. Oh, du kannst es umwerfen. Oh, das ist süß. Okay, da geht es raus. Jetzt schauen wir mal die Bücher an. Aber du kannst das Bild auch nochmal. Es war einmal das Schwere und einmal das Bild, was man angucken konnte, ne? Eww, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Stimmt. Die endlose Geschichte der Reise, die nicht enden wollte. Ich versuchte das mal, aber ich konnte es nicht enden. Kann ich ein Buch kaufen? Du hast eine Menge Nerve, das zu fragen. Du hast nie das letzte Buch zurückgebracht. Ich musste noch eine andere Kopie kaufen. Du hast nie sogar entschuldigt. Das habe ich total vergessen. Ich habe total vergessen. Natürlich hast du das. Du denkst wie eine Kau. Man kann es wohl nicht ausleihen. Voodoo-Tricks, die sie zuhause machen können. Warnung. Versuch nicht diese Tricks zu Hause. Das ist nicht das secretive Monkey Island. Awww. Es ist ein Kuchenbuch. Es hat vier Sterne, aber es sieht aus, es ist für Schwierigkeiten. Kann ich ein Buch kaufen? Man kann sich scheinbar keins ausleihen. Was ist denn mit dem lilanen Buch? Warte mal. Kannst du aber nicht bezahlen? Ich brauche nicht. Vor allem, dann ist es ja auch kein Ausleihen, oder? Wenn du dafür bezahlst. Obwohl, es kommt auf die Menge des Geldes an. Was ist mit dem lilanen? Einzelne. Achso. Note to the reader. No disguise secrets are revealed in this book. The blurb says, it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Und wie, was? Wie hieß das Buch? Am Ende der Planke. Achso, am Ende der Planke. So was schwülstiges. Ohne Hemmstoffe. Das war doch irgendwo schon mal, oder? Das ist am Ende der Planke. Aber man kann auch noch die Figuren anschauen. Feier. Elaine hat mir gesagt, das sei Lauter Neckbeard, der 2. Gouverneur der Melee Island. Seine overly strikte Moralen und overly laxen Regulatoren-Poliken helpen das Island, wie es heute ist. Ich habe das gleiche Bild auf einer Box von frozen instant cereal gesehen. Bei der Schlosserin. Da lag das Buch nochmal. Genau. Ach, guck mal. Jetzt hier. Okay, ausguckt. Docks. Da sollen wir wen anheuern. Untere und obere Straße. Wo geht man denn hin? Gehen wir mal zu Stands und schauen, ob wir seine Zahnbürste finden. Ganz schön dürftig. Na ja, aber hallo. Quiztime, time, time. Odina ist die amtierende Königin von Brr-Buda. Ja. Kennen wir halt auch nicht. Die 8. 9. Ja! Oh! Seht ihr, Kinder? Lernen bringt nichts. Raten ist the way to go. Das empfehlen sie ja so bei Miriamarkt und so auch immer. Immer schön in Raten. Komm, mach doch mal den Mond. Lick mal den Mond. Lick mal den Mond. Looks like the only available ship on the island right now is Lechucks. And always looks bigger on this side of the island. Seltsame Masse. War das ein Schwamm oder was? Schwabenkorb, Schwabenkorb, Schwabenkorb. Das machen wir doch bestimmt noch. Hat sie ihn mitnehmen, ne? Mal schauen, ob ich den... Warte mal. Vielleicht kann ich den Schwamm mit dem Eimer... Ne. Ja, mehr ist hier gar nicht. Das heißt, jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie... Jetzt gucken wir erstmal noch die anderen Locations. Ja. Ich muss da wahrscheinlich die Fenster irgendwie aufbrechen. Oder irgendwas so zum... Oder irgendwas so zum... Jetzt können wir in den Wald. Und das war's auch schon. Auf Meathook Island können wir nicht. Und dann können wir halt an die Docks wieder und dann nach einer Crew suchen. Mhm. Warnung. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. In den tiefen dunklen Wald, in dem ich mich sicher verlaufen werde. Ganz schön viel Zeug. Ooh, purple flowers. These must be teasel. Or Alliums. Or Clematis. Da lang gehen. Quizkarte. Quiztime, time, time, time. Wer ist der hiesige Experte für Loom? Ja, das ist einfach. Das war doch Olli, oder? Olli, Apple Bob oder der Speer. Nein. Echt? Das war's. Echt? Wer war denn Cobb nochmal? Der saß in der Scamba mit dem Ask Me About Loom. Ah, Ask Me About Loom. Stimmt, ja, ja, ja. Hast recht. Das kommt dann auch als nächstes Dreammaster. Vascular dicot, known for its tasteful coloration, slight wiggle and loads of tiny sharp teeth. Das hätte einen zweiten Teil mal verdient, oder überhaupt mal eine Rückkehr in die Lore, aber das war echt cool. Oh Gott, da kann man sich ja echt ganz schön verlaufen. A classic specimen of water. Das haben wir schon mal gesehen. Gut, da darf man dann... Ah, wieder eine Quizkarte. Ich spare mir jetzt das mit dem Quiztime. Wir machen einfach Quiztime. An der Tür des Toilettenhäuschens ist... Nichts. Eine Piratenflagge, ein Mond, ein Warnschild. Oh Gott, wo war denn ein Toilettenhäuschen? War das in unseren Spielen? Ein Toilettenhäuschen? Das muss in dem hier sein, weil was davon ist nicht im Park. Das war ja auch hier in Return. Ach so, ja. Aber welches Toilettenhäuschen eigentlich? Naja, wo wir... Am Anfang, oder? Ja. Wo wir den Schlüssel benutzt haben, ja. Oh. Ah, Mist. War das eine Piratenflagge vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Ah, shit. Uh, purple flowers. These must be Catmint. Or Wisteria. Or Sweet Rocket. I'm hopelessly lost without a map. Der kennt sich ganz gut aus mit, äh... Mit Blumen. Was steht auf dem Schild am Affenkopf? Hab ich nicht ein, äh... Giftige Schlangen? Ist die Geckos nicht? Ruhestätte von Shashrik. Privaleigentum, oder? Oh Gott. Kann sein, ja. Ah. So, hier war noch das alte... Museum für Piratenkunde, okay. Oh, I used to love these when I was six. Das ist immer neu, ne? Museum of Pirate Lore. Kletterschiff, Klettertruhe. I used to love these when I was six. Oder ist das vielleicht das, äh, Haus von dem... Von dem Lehrer, von dem Schwertlehrer? Ich glaube, es ist Karlers Haus. Ach, es ist Karlers Haus. Wie kommst du drauf? Hier steht, hey, das war mal Karlers Haus. Ah, ja. Ja, das ist... Okay. Ich glaube, es ist sein Auto. Wie kommst du drauf? Wie kommst du drauf? Er sagt ja, das ist mein Auto, die Penner. Once upon a time, I want a T-Shirt. Right here on the front lawn. Also, die sind alle bei dieser Versammlung. Und bevor... Ja, die müssen wir irgendwie finden, ne? Gibt's hier irgendwie nix zu gucken. Ich glaube, sie wollen alle schon recht deutlich, ich glaube, das war es nämlich auch, dass wir zum Dock, zu den Docks gehen und dann da mal gucken. Ja. Ja, machen wir das doch. Gut. Ja, mal dahinter. Und der Schip. Oh, clever. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under Lechuk, the most fearsome pirate on the eight seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. The board doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm sure a swabby. Lechuk's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Da bräuchten wir den... Da bräuchten wir den... Da bräuchten wir den... Besen können. Well, I need a second mate, a boatman, a ship surgeon und a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Hallo? Vielleicht müssen wir tatsächlich echt mit Lechuk fahren. Naja, wahrscheinlich. Dann ist ja auch ein bisschen Dynamik zwischen denen möglich. Da geht doch was. Da geht doch was. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. I'd make a great boatswain. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Okay, maybe eight. Don't waste my time, okay? How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree. Is that a definite requirement? Sorry. Schiffsarzt ist beim Traumschiff mit der beste Job. Da hat man wenig zu tun, kann sich immer um die Passagiere kümmern und deren private Probleme lösen. Hatte der nicht auch immer eine ganz hübsche Krankenschwester an der Seite? Boom! Boom! You look a little scrawny. What are you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Maybe Swabby's not so bad at all. The only requirement is that you bring your own mob. If you've got a mob, the job is... Hey, hey, wait a minute. What's your name, Sailor? Andrew LeChuck. Andrew LeChuck, nephew. Oh, ballsy play, Andrew. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hedge. I'm confused. Did you say you were going to get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Right for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also I needed a mob. I needed to do it. I needed to do it. I found a lot of... I don't know. I don't know. Gilbert and Schaefer. The one knows a little bit from the guy. I don't know, how Dave Grossman as an author. der dann auch so einen Humor-Vibe hat, aber ich finde das so geil, dass halt so Leute so zusammenarbeiten können und das passt irgendwie so humormäßig irgendwie so zusammen, so, immer wieder. Und mich erinnert, dass auch, weil da ein bisschen so ausschaut, der Tim Schafer immer an den Fat Mike von FX, den Sänger. Und die haben nämlich auch genau die Art Humor. Wenn die Konzert spielen, da kommen immer auch so blöde Gags, die genau dieses so, weiß ich nicht, da ist immer lustig und jetzt trennen die sich nächstes Jahr, fürchterlich. Ach ja. Ich hoffe, das ist nicht einer dieser Party-Cruise. Quizkarte. Hoffentlich von einem, dass wir auch wissen, wo kann man Gestrüpp finden? Seite 9, das wissen wir schon wieder. Terror Island, Scurvy Island, Bare Bones Island oder Melee Island. Kann ich dir nicht sagen. Bare Bones Island. Das war zumindest bei den... Aber haben wir nicht schon Gestrüpp gefunden irgendwie? Ich dachte, wir hätten so einen... Haben wir nicht am Pier hinter der Küche irgendwie was in diese Richtung gefunden? Das war ein Strick oder ein Schnur. Ah, okay. Okay. Hm, tja. Dann, dann, weiß ich es nicht. Was nehme ich? Terror Island. Klingt irgendwie... Ah, ha, 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 ha. Sorry. Und da sehen wir wieder, wie ich durchs Abi gekommen bin. Raten, raten, raten. Ich hoffe, das ist nicht einer dieser Party-Cruises. Und wir raten, raten, raten. No parking of demonic, ghostly or und dead vessels or scooters. Tuesdays 3-4. Wie cool das Schiff im Hintergrund auch schon da aussieht. Wie cool das Schiff im Hintergrund auch schon da aussieht. Ach, jetzt gehen die von dem Essen nach Hause. Wer waren die andere mit der Brille? Na, einer von den neuen Piraten-Kapitäninnen. Nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, das war wahrscheinlich die von den Fischlern. Nein, das war keine von den Piraten-Kapitäninnen. Ich dachte, das wäre die ganz außen gewesen. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me. And they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no. Probably not. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. He doesn't want me on this ship. I'm blacklisted. I'm going to have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. See anything interesting out there? Change. The future. Are those the names of ships? All I can see is open water. It's what I named my cataracts. Huh. You've been at this post a long time. Yep. My eyesight isn't what it once was, but my hearing is still as sharp as the governor's sword. And that's helpful for being a lookout? There's hardly ever anything to see anyway. The job is mostly about greeting people. Welcome to Melee Island. Thanks. Das ist süß. Gut. Das heißt, wir müssten jetzt zu den anderen Ladenbesitzern kommen, oder? Jetzt müssten wir rätseln. Ah, nee, jetzt können wir erst mal noch mit Leuten sprechen, genau. Vom Pacing her wäre es jetzt tatsächlich Zeit mal für ein Rätsel, nachdem man mit allen beiden geredet hat. Halt. Uh, eine Quizkarte. Quizkarte. Oh, die liegt einfach vom Weg. Sag mal, irgendjemand muss doch hier eine große Quizkartentüte aufgerissen haben und die verlieren die ganze Zeit. Captain Kate Capsize. Capsize. Wurde zu Unrecht wegen erfundener Anschuldigungen inhaftiert. Kommt in keinem Monkey Island spielt vor. Betreibt einen lagenvergebrauchte Servi auf Fat Island oder wurde zur Gouverneurin von Midi Island genannt. Zu Unrecht wegen erfundener Anschuldigungen inhaftiert. Ja. Schau mal, wieder Achievement. Geil. Schon zehn Richtige. Ha. Geil. So, jetzt gehen wir in die Fischbude. Ah, nee, Wall-E. Oh, guck mal, jetzt kannst du Wall-E. Hey, Wall-E. Oh, hallo, Mr. Wood. Well, 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 look what the surfwarsht ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wall-E. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Ich bin gerade ein Mann des Volkes. Ja, good times, huh? You're lucky I'm past all that and I'm running the best map show. It's a shop within the Caribbean and beyond. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. Well, I was hoping the more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. I'm looking for a map through the forest. What are you trying to find in the forest? I don't know. Nothing in particular. Then having a map won't really be any different than wandering around lost, will it? Yeah, but I mean, well, never mind. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me, I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on Max. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols, I just make up. I'll let you get back to Cartogamography. That's not a real word. The finest tools, to make the finest maps. We need to talk about the monocle. This is the reference. It's got all the latest continents. Code numbers. But, you know. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that. They're like glasses, only way less convenient. Oh, look behind you. A three-headed monkey. Yeah. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Ah, clever. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Looks chilly up there. It's a long, small map of somewhere far, far away. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. It's a map on a fan. What will they think of next? I had a map like this once, but I sailed left. It looks like there's a huge joke, you understand? Yeah, I see. It looks like a treacherous voyage. It says, rating, cursed black diamond. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Maps. Eine etwas verdächtige Leiter zu einem Fenster. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. So, und es benutzt... Ne, man kann... Geht das keine neue Option, oder? Ne. Good old mazes. Can't get enough mazes. Also, die müssen dann tatsächlich im Laufe der Adventure-Historie auch gemerkt haben, dass man einfach mit Drücke, Ziehe, Benutze auch nicht so weit kommt, sondern dass es reicht, quasi gucken und was machen. Ja, ja. Und ich meine, das ist jetzt hier ein ziemlich vollgepackter Bildschirm. Und es ist aber auch der erste Bildschirm im ganzen Spiel, der so vollgeknallt ist mit Sachen. Es sieht sehr günstig und schäuend. Ich liebe schäuend. Bislang hat es was relativ zurückhaltend. Hm, ich habe noch nie einen von diesen gesehen. Gut, dann probieren wir das doch mal mit dem Im Gefängnis die Seriennummer lesen. Dann haben wir wenigstens mal ein Rätsel gelöst. Oh, Zwischendik. Oh, geil. Kommt der Lechak endlich mal. Ja, da ist er. Lechak, Sir. Ich dachte, ich würde mich in und sagen, die Preparation für Setzail sind fast fertig. Du hast alle die Suppe für den Spell zu kommen, um zu Monkey Island zu kommen? Check. Squid Ink, Chickens, Brimstone, Cinnamon, Monkey Blood, Mint, und und Ich möchte das noch einmal ein bisschen zurückgeben. Ist das Mythical-Secret-Of-Monkey-Island-e gut? Wollt wir nicht aus Terrorisieren die Highseas? Instilling Angst, Schreie, 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 Schreie? Ich habe genug von Ihnen zu fragen, meine Orders. Er wirkt aber ein bisschen fieser als früher, oder? Hat nicht der eine von den drei Captains hier drüben? Der da, der linke. Hat der nicht die Stimme, die Lechak früher hatte? Da habe ich ja vorher schon... Nicht viel, aber sicherlich, dass wir uns morgen in der Shop sehen. Er war so wie das mit einem Rolligar. Ja? Ja? Ich habe mich zumindest daran erinnert. Und sag mal, der, der, ähm, sein Untergebener da, das, ist das immer noch der Kumpel von Herman? Also sein Partner, der doch dann gestorben und zum Geist geworden ist? Ich glaube nicht, Schreie, Schreie, schau an die schreie Schreie. Nee, ich glaube nicht. Das war doch eine Frau. Oder er hatte doch... Tja, weiß ich, vielleicht hat er auch immer noch ein bisschen höher gesprochen. Also du hättest jetzt nicht genau identifizieren können. Keine Ahnung, ich schau mir jetzt mal die Zahlen her. Ha. Was für ein krasses Rätsel. Jetzt gehen wir gleich mal zur Schlosserin, die gegenüber ist. Willkommen zurück. Hi. Hallo wieder. Ha. Machen wir nach den Mobfragen. Stimmt, in der Bar war auch ein Mob, ne? Wo er uns gesagt hat, wir können doch gar nicht richtig mobben. Den werden wir auch brauchen, wahrscheinlich, um uns an Bord zu mobben. Also wir können super mobben, aber nicht mobben. Können Sie mir einen Schloss von diesem Serialnummer? Natürlich. Gute Wahl auf dem Lock. Diese sind wirklich stürz. Es ist der gleiche Art, die sie in der Jail benutzen. Oh, wow. Was für ein Verzweifel. Ich hatte keine Ahnung. Aber müssen wir gar nicht bezahlen? Das war einfach. Können wir deinen Schlosser ausprobieren? Nein. Ich will nicht, dass du keine Finger verlieren kannst. Dann lassen wir jetzt mal Otis frei, oder? Vielleicht prüft sie was. Hey, Guybrush! Hey, Kind! Hey, Kind, du magst die Verzweifel? Das ist großartig. Jetzt kann ich eine der Jail-Szellen öffnen. Otis, die Autoritäten haben Ihre Falle zurückgelegt und entschieden, dass Sie frei gehen sollten. Ach, hätten wir uns vielleicht entscheiden können? Weißt du, da war doch die Ansage, weil wir können eine der Türen öffnen. Ja, aber da ist ja das Schloss kaputt, glaube ich. Kaputt, ja. Da ist ja die Seriennummer. Stimmt. Da hätte ich eh nicht aufmachen können. Also Stan bleibt Schamber hier. Schade. Ah, der kommt bestimmt nochmal irgendwie raus. Weht mal nochmal mit der Alpen. Jetzt müsst ihr ja genau... Okay. Ah ja, stimmt, das war nichts. Das war die Fischbude, aber dann wissen wir trotzdem nicht, wer die war, die mit der Voodoo-Lady rausgelatscht ist. Oder zumindest anscheinend von diesem Mitternachtsessen kam. War da nicht noch... Stand das nicht noch irgendwo anders? Ach, guck mal, das ist nochmal die, die wir nicht wussten. Ah, nee, das ist nochmal was anderes. Wie viele Heißluftballons kann man vom Park auszählen? Ach, du Scheiße. Nee. Drei, hm? Ich sag drei. Da ist ein bisschen, da ist ein bisschen fies. Das ist ja nichts, was du aktiv im Spiel machst. So eine Frage finde ich nicht so gut. Nee, nee. Soll ich nochmal zur Mojo-Lady gehen? Hatte die da noch irgendwas? Ach, guck mal, hier ist auch relativ viel. Verkleiden. Verkleiden. Wie viel für das Safe? Es ist nicht auf irgendein Preis. Wie gesagt, es hat mich für das Safe-Kieping gelegt. Ein Safe-For-Safe-Kieping quasi. Sieht, wie es da immer gewesen ist. Nicht für mich. Ganz voll nett, dass es sich auch hinbügt, wenn da was hinbügt. Ein Crystal? Ja, das ist nicht so ein Spiel. Ich glaube, das sind aber wirklich alles nur... Das Eisernes Gesetz sagt, alles muss man angucken. Ja, schuld. Deswegen kann man, Edna bricht aus, auch nicht durchspielen. Das geht da nicht. Da finde ich es dann immer zum Beispiel ein bisschen nervig, wenn du so viele Interaktionspunkte hast. Und die müsste ja zurück sein. Ach, dann war das die Museumschefin wahrscheinlich, die andere. Ja, stimmt. Das heißt, wir können da die Augenklappe von John Laney holen. Und John Laney, über den gibt es auch ein Buch bei der Carla. Das müssen wir wahrscheinlich über den was lernen. Und dann, genau. Wahrscheinlich müssen wir das Buch da reinschmeißen. Also aus dem wird dann vielleicht das... Nee, aber das, wenn man manche so eine Sachen mehrmals anklicken muss, das finde ich dann zum Beispiel auch echt... Wenn so ein ganzes volles Bild ist, das sind halt mehrere Sätze. Es ist ein Non-Magical Ceremonial Knife. Sehr sharp, indeed. Oh, ich like this knife. An excellent choice. Ich will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumble-de-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Hm, ob das vielleicht eine der Stelle ist, wo sie mehr Text reingepackt haben? Wahrscheinlich. Stimmt, die vertonende Euler. Oh, is this where I say yes? Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Kann ich den haben? Das ist ja geil. Ich hab nicht ganz verstanden, wofür ich ihn brauch. Geil, Rush, muss dich doch immer entschuldigen. Wer ist denn zum Beispiel immer noch sauer auf uns? Wally ist immer noch ein bisschen sauer. Eigentlich ja alles stimmt. What's cooking? The feast of knowledge. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business, going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. 200% of all the matratzen. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible. And there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. How does dark magic work? Runes. Chemicals. The power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Is dark magic powerful? Powerful, yes. It can be. But dangerous. If the badger choose his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Hmm. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of a thousand faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Law here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Got it. I don't suppose you sell mobs. I cannot guide you on matters of mobs. The true master is the cook at the scumbar. Can you notice a question to tell me how many of you are now? She is always close. No matter the distance. Do you ever make sense? There are no answers. Only questions that are finished. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Darker? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward. Like, when your glass is empty, but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh. Okay. Corina. Nice. How lucky that was more exciting before I knew that. That is true of many things. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Na gut. So, ich hab schon wieder vergessen, was wir gelernt haben. Ach so, genau. Wir müssen ins Museum. Genau. Ich glaub, da gehen wir jetzt mal als erstes. Aber gehen wir jetzt als ... Was denn? Gehen wir jetzt mit dem Mob? Ich frag jetzt nochmal wegen dem Mob. Außerdem muss ich mich nochmal informieren, wer genau jetzt diese Captain Matt ... Oh, da ist ja Corb! Corb ist wieder da. Ah! Da steht sogar Loom. Schau mal, der hat so einen Aufgräber. Ask me about Loom. Hi, Corb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Vielleicht sagt er, ask me about best Let's Play of Loom on GameTube. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you, because we don't bring Grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick, Stan Thorup. And only the gullible and naive would go looking for it. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Da steht, glaube ich, auch Don't ask me about Loom. Yeah. Then why don't you take off the Ask me about Loom button? My grog-riddled body is fused with it. I'm more button than man at this point. Oh, come on. Tell me about Loom. For old times sake. Beat it. Say it. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilms' Brian Moriarty. Why it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high resolution, 3D-Landscapes. Sophisticated score and musical effects. Hast du das 3D-Landscapes? Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click-control of characters, objects, and magic spells. Lohnt sich. Beat the rush. Go out in Bailoom today. Yes. Now get lost. Fanservice. Fanservice. Was ist eigentlich mit dem Typen da hinten? Weiß er nicht. Schicke Kerze. Schicke Kerze. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Ach, der ist aber neu, der saß vorher da noch nicht, ne? I'm not your waiter. I already told you're incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Up to it. Right away, sir. Halt mal mit dem Koch, da gibt's bestimmt eine neue Aufgabe, in dem sie in den Zusammenhang. Kann ich jetzt mit denen sprechen? I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Heh. Ach, it'll turn out to be a T-shirt or something. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Oh, sie steht auf. Ja. Sie steht auf einer Kistkarte. Ah, Odina. Das ist ein Krälenest von The Ship. Oh. Ach so, wir müssen das noch gar nicht. Da warten wir noch, weil das ist, äh, da haben wir noch ein bisschen Zeit in The Ship. Was? So, die Captain Madison ist die in der Mitte, oder? Weil das hab ich vorher nicht ganz gecheckt, die die Stadt im Urgegriff hat. Ja, ist gut sein. Ich habe zwei books auf Ship-to-Ship-Taktik. Ich bin ein Founding Member und Co-Direktor von der Red Fleet und holde records für Zivilgesellschaften, von San Domingo zu Venezuela. Ich bin ein Experte in 17 Forms von Hand-to-Hand-Combat, drei von denen ich habe. Ich habe mit Bellamy, Teach und Roberts gearbeitet, bevor sie mit einem unheimlichen Ende hatten, dass ich nichts zu tun habe. Just so Sie wissen, das ist das Kind der Resümee wir erwarten. Oh. Ach so, als hätte ich keiner was anderes gesagt, naja. So, wie kriege ich jetzt den Mob von dir? Ach, das ist ein Kritiker! Ja. 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 Die hat aber... Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Aber... Warte mal. Oh! Wo hat er gesagt, dass er den Dish hat, den Sie zu machen wollen? In der Gouverneurs-Mansion. Das ist wahrscheinlich ein exotisches, weirrtes Tasting-Thing aus einem schwankigen Kuchen. Ja, guck mal, dazu müssen wir mal ins Regal schauen. Natürlich. Ich bin ein Kuchen. Siehst du den Hatt? Das heißt, wir... Das heißt, wir... Look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads. But I can't think about that right now. Aufnehmen auf Eis. What was that you were trying to tell me about mops before? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. I cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion. Your tool. And a ready means of defense against spills of all kinds. Uh, build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course. But pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Meinst du, it's worth it, if Wall-E says, I need a tree tree, because I want to find a tree tree? Okay. I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mob Quest. When do we get to the pirate parts? Even the coolest profession. It's not a pirate part in the world. It seemed crazy to me at the time too. But don't forget. It was all so I could board a ship, take command and sail to Monkey Island. But first I had to make a mop. Stay away from my mom. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Oh, look behind you, a three-headed monkey. I do know a great steward. Now see what I can find out. Thanks. The one always... ...so extra-geil were. In a Wahnsinns-Serie. There's a new... Ah, no. There's a new card? No, I thought there was a new card on the table. But I think you're not a little. I'm a little bit like a on the floor. But there's a guy on the floor. But there's a guy on the floor. The guy on the floor. Who's up to the floor. Good. Where do I go now? Where do I go now? Where do I go now? Better to have one for each eye. If you say so. Hey Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. Oops. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Holzsplitter vom... Von seinem Mob, oder? Vom Kochmob. Oh, gut. Gehen wir erstmal zum Museum. Mhm. Ja. Aber ich schau jetzt trotzdem nochmal kurz rein. Ah ne, ich geh erstmal zum Museum. Demi Kochmachern hat das überlegt. Ich wüsste jetzt nicht, was den Kala machen soll ja überhaupt wegen den Büchern. Ja. Ich brauch glaub ich mehr als nur eins. Aber jetzt ist hier glaub ich offen. Schauen wir mal. Da müsste jetzt diese komische Frau drin sein. Hi there. Ja. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times Newsletter. Here, take my business card. Uh, thanks. The museum showcase is the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or, on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact checked by myself and my team. Authenticity is our watchword and our pledge. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Erinnert mich ein bisschen an Ben, ne? Von der... Von der Hardware. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the Dread Pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Hmm, unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Tell me about this hook of wood. That's an original plank from the golden hind. Autographed by Francis Drake himself. Oh, kommt jetzt vielleicht auch eine Anspielung mit Uncharted irgendwie jetzt hier. Also, also, als rück. Yeah. Oh, that. Yeah. That was an unsent love letter. Written by Elaine Marley. While she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know. Love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it. But it was touching. Thanks a lot. Actually, I think I'd rather not hear about that again. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous peg leg patty. She used to hide a spare cutlass in it. In case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy number one on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. It's not important. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the melee jail many years ago. After an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scumbar to the jail. All so I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are. But it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours apparently. No, of course not. I deal in facts. That is a really big parrot. I wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Eyepatch worn by Captain John Laney. The pirate with a thousand faces. Brauchen wir auch. There's some very tiny writing on it. The display case is locked. Monoke benutzen. Mal raufzugucken erstmal. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Also Monoke erstmal zum Lesen. The numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Oh, kannst du die beiden Monokels kombinieren? If one Monoke is good, two is better. Mir selbst zum Doppel-Monokel gratulieren. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Okay. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney. The pirate of a thousand faces. Supposedly it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on, though. And nothing happened. Ja, das sind die ganzen Zutaten, die wir brauchen werden. How on earth do you have that note? Oh yeah. That's very interesting. That was found, tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note. Left by the ghost pirate the Chuck, when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. Hey, was war das jetzt mal? Just before I finished my three trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Mookie Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits. And it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro! If you need a place to display it, I know a convenient museum! Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly! Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. These eyepatches are irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the mapshop in town? Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry. All things piratey, really. I see you wear a peg leg despite having both of your original legs. Just part of the docents outfit. For the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profits sounds fun. Touché. I'll have a look around. Please do. Okay. Why do you have this big gear? It's from the melee clock tower. Stolen during a pirate raid nearly 75 years ago. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the backroom. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. That map looks familiar. That's one quarter of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently he was somehow involved in the search for a Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChucks henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Schau mal, warte mal, bevor du rausgehst, äh, 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 war... War nicht noch, äh, schau mal ganz kurz nach links, ob dann, ob wir wirklich alles hatten. Ich hätte gedacht, da wär noch mal was. In der Vitrine ganz vorne. Machen wir noch mal die... Hier vorne die Tür. Was ist mit der Tür? Ne, das ist... Ach so, das geht, ach so, das geht in beide Richtungen. Oder ist da hinten... Ach man, hau... Hier hinten ist der Lagerraum. Ach so, ist der Lagerraum. Ah, okay. Oh, Cracker. Das sind Cracker. Aber auch Cracker. Vielleicht Instant Cracker. Morgan the Flay tauchte zuerst auf in... Das sind die Telltale-Dinger. Tales of Monkey Island, glaube ich, oder? Ja. Haha. Wuhu. Gut, dass wir den Rückblick geschaut haben. Stimmt. Hätte ich nicht mehr gewusst. Ach guck mal, damit können wir doch bestimmt den Papagei irgendwie zufriedenstellen. Und ablenken. Warte mal. This is the one for the museum display case. Especially fortified for the healthy parrot diet. Ah, okay. Ja, die brauchen wir bestimmt für den Papageien hier. Naja, oder man muss es noch irgendwie mischen mit dem... mit irgendwas, dass der Papagei irgendwie vielleicht, äh... äh... das dann ausspuckt und wegfliegt oder so und was. Ja, das ist so hart vielleicht nicht gleich. Aha. Okay. Gleich mal hier. Mord und Totschlag. Hallo. Dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, wir schauen erstmal wegen dem Mob. Und... Mob it away. Okay. Da probieren wir gleich nochmal die Küche aus. Und mit gleich meine ich in der nächsten Folge von Return to Monkey Island. Denn für heute sind wir fertig. Wir spielen aber in Kürze weiter und dann gibt's auch die Fortsetzung dieses, wie ich finde, im Moment bis jetzt fantastischen Spiels. Ja, toll. Also das muss ich auch wirklich sagen. Ich bin... Wunder, wunderbar. Ich bin sehr happy, ähm... Bislang in allem Stil. Ja. Gut Rätsel. Mei... Brauche ich jetzt auch nicht die geilsten. Haben wir jetzt auch nicht viele gehabt, aber bisher wirkt's recht machbar an. Schauen wir mal. Ja. Wunderbar. So geil im Hintergrund. Hast du gesehen, die stoßen dann auch zusammen, äh... wenn die ihre Dinger da tragen. Echt? Sie sind gerade zwei zusammengestoßen. So, uh, uh, ich muss da hier lang. Sehr geil. Ah, herrlich. Also, hier geht's in Kürze weiter. Ähm, schaltet wieder ein. Bis bald. Tschüss.